Hallo alle zusammen. Ich wollte gerade jetzt das Video starten und der Kater ist auf Jagd. Guten Morgen alle zusammen. Schön, dass ihr wieder zu mir hergefunden habt, auf meinem kleinen, aber feinen Strick-Podcast hier auf YouTube. Es wird jetzt ganz spannend. Irgendwo auf dem Dachfenster, auf einem der beiden Dachfenster, spaziert wahrscheinlich gerade ein Vogel. Ich habe es auch gehört. Das heißt, der Vogel schaut durchs Dachfenster in den Raum und der Kater schaut durchs Dachfenster zum Vogel hoch. Das ist ganz lustig. Ich habe euch heute mal was mitgebracht. Ich glaube, wir werden heute kein allzu langes Video haben. Ich habe nämlich gerade beim Rausräumen zum einen entdeckt, dass ich nicht allzu viel für euch heute zum Zeigen habe. Also ich glaube, ich war schon fleißig, aber ich habe nicht an so vielen Projekten gearbeitet. Aber ich habe schon mal ein fertiges Projekt, auf dem ich ganz schön stolz bin. Und ich habe ein paar neue, die jetzt irgendwie von der Jahreszeit her vielleicht bei euch zu Hause, je nachdem, wo ihr wohnst, noch passen. Aber hier nicht, weil mir ist kalt. Also da geht heute draußen ein arschkalter Wind. Normalerweise hatte ich jetzt immer die Balkontür offen. Also da war immer alle Fenster gekippt. Und wenn ich da war, alle Balkontüren offen, damit der Kater rausgehen kann und sich den Balkon halt genießen kann. Aber nein, heute, oh Gott. Zum einen musste ich einen Wohlbully wieder raussuchen. Zum anderen bin ich kurz davor, lange Hosen anzuziehen hier bei mir zu Hause. Und wenn nicht, dass dann immerhin eine Decke. Also das ist heute richtig, richtig ekelhaft. Den Bulli, den ich anhab, das ist der Raglanur. Ich glaube, der erste, das war der erste Raglanur. Entschuldigung. Wir haben es heute ein bisschen früh. Das glaube ich, wenn ich mich jetzt recht entzinne und mich nicht alles täuscht. Das müsste mein erster Raglanur gewesen sein. Den habe ich gestrickt aus Sockenwollresten, doppelt gehalten mit einem neutralen Grau. Eine andere Sockenwolle in Grau. Jetzt muss ich denken, wie das geheißen hat. Also das Grau, mit dem ich auch die Bündchen gemacht habe und einmal hier rundherum gehäkelt habe, das ist die von, das ist die Super Socks mit 100% Wolle. Die heißt, glaube ich, Super Socks Natural. Habe ich da noch was da? Oh, ich glaube nicht. Das müsste, ich bin mir fast sicher. Ich glaube, ich kann mich da noch an die Etikette erinnern. Eine Lang-Jans Super Socks Natural, glaube ich, heißt die. Und die überzeugt dann halt einfach, weil das ist eine Sockenwolle aus 100% Wolle, ohne Bulli. Und die müsste dann natürlich auch waschmaschinenfest sein, oder zumindest waschbar in der Waschmaschine, im Wollwaschprogramm. Weil es ist ja immerhin eine Sockenwolle. Und ja, das ist sie auch. Also das funktioniert auch, weil immerhin habe ich den Bulli, keine Ahnung, wie oft schon, in der Waschmaschine gewaschen. Und der hält sich gut. Super möchte ich jetzt nicht sagen, aber er hält sich gut. Also ich bin sehr zufrieden. Okay, das war eben, ich hatte da drei, vier Knäuel von der und wusste dann, okay, ich möchte mit der irgendwas machen. Und dachte mir dann, dann kam irgendwie der Einfall für den Raglano, für so ein richtig, richtig kunterbuntes Ding. Also es ist ja schon alleine, ihr seht es ja. Also es sind alles Sockenwollreste, den kennt ihr ja eigentlich eh schon. Das sind alles Sockenwollreste, die ich dann einfach so ganz gemütlich, wie sie gerade gekommen sind, angestrickt habe. Und als zweiten Faden dann diese Sockenwolle, diese Natursockenwolle benutzt habe. Ich habe da also den Faden doppelt gehalten. Beide Sockenwollstärke für, oder vierfach Sockenwolle, Nadelstärke zweieinhalb, drei, was auch immer. Und habe die dann eben doppelt verarbeitet. Und das ist einer meiner Lieblingspullis, weil der zu allem passt. Also da ist ganz egal, was ich sonst noch anhabe, der passt immer dazu. Und eben, er lässt sich recht simpel in der Waschmaschine waschen. Er bildt ein bisschen, logischerweise, also hier unter den Achseln und auch hier manchmal eben auch da. Das ist momentan, sieht es eh nicht so schlecht aus. Aber der bildt ein bisschen, aber eben, ich habe den auch schon dementsprechend lange und dementsprechend oft schon gewaschen. Und hier, der Kragen lässt so langsam ein bisschen nach, das habe ich gemerkt. Der spielt nicht mehr ganz so perfekt mit. Aber das stört mich jetzt auch recht wenig, weil das kann ich auftrennen. Das ist nur eine Runde mit, ich glaube, halben Stäbchen drüber gehäkelt. Das kann ich auftrennen und irgendwann auch mal neu machen. Also das stört mich jetzt überhaupt nicht. Bei dem, ja, der Raglano von Nicolor, da gibt es den Erklärbär bei mir in meinen Videos. Also da habe ich einen Erklärbär zum Raglano von Nicolor, sollte irgendjemand da mit der Rechnerei und so Probleme haben. Da kann man einfach das Video angucken und dann kann man sich danach einen ganz gemütlichen einen Raglano strichen. Zu meinen fertigen Projekten, ja, also, und zwar, wisst ihr, ja, oder mein Dilemma vom, äh, von dem Isländer hier, ja, ja. Also ich habe da den Isländer gestrickt. Das ist eine Gratisanleitung von Raumagaren, den findet man nur auf Google ganz schwer. Ja, äh, Google möchte da irgendwie immer eine Korrektur einfügen, dass man auf irgendwelchen komischen Seiten landet, anstatt einfach, wenn ich Rauma, Garn und Isländer eingebe. Also, ja, aber es ist ein bisschen kompliziert, den zu finden, also ein bisschen umständlich, der ist nicht sofort an der ersten, oder oben als erste Zeile angegeben, aber den findet man schon. Ist eben eine Gratisanleitung auf Norwegisch und ich habe da ja, mir hat ja dieses Muster gefallen, das ist ja dieses Prinz Harald Muster, genau. Ja, ähm, also der Bulli ist inspiriert durch, ne, keine Ahnung wie lange Geschichte und vor, weiß Gott wie vielen Jahren, als, äh, da der kleine Prinz Harald von Norwegen war, der kleine Junge und die mussten ins Exil. Und da hatte der einen roten, äh, Bulli an mit weißem Einstrickmuster und das war dann halt das Einstrickmuster, ja, also Kästchen und diese Linien. Und das ist dann so ein ganz, ganz klassischer Norweger Bulli, so ein ganz klassisches Muster, welches die Norweger gerne stricken, weil das ist dann das Prinz Harald Muster. Und mir hat das so gut gefallen und dann hatte ich ja meine absolut 100 Prozent, äh, die natürlichste Wolle, die ich weit und breit irgendwie bekommen kann. Meine Schnalzer Wolle von meinen Arbeitskollegen, die ich verspinnen habe lassen. Da habe ich euch im letzten Video alle vier Farben nochmal gezeigt, weil ich habe ja in der Zwischenzeit nochmal zwei Farben nachbekommen. Und habe da dann eine Maschenprobe gemacht und mich dafür entschieden, dass das nicht nur die perfekte Bulli ist, sondern die perfekte Maschenprobe für den perfekten Bulli. Und das hat alles wunderbar geklappt, bis ich da oben irgendwann zu den Abnahmen kam oder irgendwann dann so einen Kragen stricken musste, ja, das Bündchen und so weiter und so fort. Und das hat ja dann nicht funktioniert und dann habe ich es aufgeribbelt. Ich habe dann Ärmel Nummer 1 gestrickt und angenäht, von unten nach oben. Ich habe da nämlich provisorisch Maschen angeschlagen, da wird von unten nach oben gestrickt. Und das war da eben das Problem oder einigermaßen das Problem. Ich habe den Körper gestrickt und habe dann Maschen provisorisch angeschlagen, um in der Zwischenzeit hier oben die Abnahmen, die Ragellanschlägen zu machen. Habe aber dann eben zunächst mal Ärmel Nummer 1 gestrickt und den dann angenäht. Habe dann Ärmel Nummer 2 gestrickt und den dann angenäht. Ich glaube, im letzten Video hatte ich den Ärmel Nummer 2 fertig, aber noch nicht angenäht. Den habe ich dann angenäht und als ich dann schon so im Flow war und mir dachte es so, jetzt habe ich den Ärmel angenäht auch. Jetzt schlüpft du mal rein. Wie schlimm sieht das aus? Es hat sich ein bisschen gewählt. Ihr wisst ja mein Dilemma, ich hatte da einfach viel zu viele Maschen da oben. Viel zu viele Maschen. Und dementsprechend stand das Gestrick eigentlich vom Körper ab, anstatt da schön anzuliegen. Es hat sich gewählt. Es war immer noch zu groß. Es war irgendwie ohne Form und ohne nichts. Und da hat mich dann, nachdem ich den zweiten Ärmel angenäht habe, einfach der Rappel gepackt. Und dann dachte ich mir so, und jetzt setzt du dich hin und jetzt machst du das einfach irgendwie. Dann habe ich Maschen gezählt. Ich hatte, ich hatte, ich glaube, ich hatte 260 Maschen. Also es ist recht viel. Oh, wenn ich mich recht entzähne, waren das 260 Maschen, glaube ich. Oder waren es... Ach, Gott. Ne, das waren nicht 260, aber das waren 200 etwas Maschen. Puh, wie viel waren das? Und ich dachte mir noch, ich musste mir das merken. Ich habe am Ende in zwei Runden plus ein paar verkürzte Reihen. Also da hinten sind ganz wenig verkürzte Reihen. Ihr seht es, dass da einfach der Streifen, von wo das Muster ist und bis der nächste weiße Streifen kommt, breiter ist als da vorne. Das sieht man schon, ja. Also ich habe eine Runde drüber gestrickt und habe da... Ungefähr 25 Maschen abgenommen, wenn ich mich recht entzähne. Dann habe ich verkürzte Reihen gestrickt, wo auch da habe ich nebenher Maschen abgenommen. Nicht ganz so viel, aber ich habe Maschen abgenommen. Und danach habe ich bei der ersten Reihe im Mustersatz vom Bündchen nochmals um die 25 Maschen abgenommen. Also ich habe bis zuletzt über 60 Maschen abgenommen. In ganz wenigen Runden. Ich glaube das waren 64, 67. So was in der Richtung Maschen. Über 60 Maschen waren das. Und an der Vorderseite sind ja effektiv nur zwei Reihen, wo ich da dann abgenommen habe. An der hinteren Seite mit den bisschen verkürzten Reihen sind es halt an der Rückseite die paar Runden mehr, auf denen sich dann diese Maschen verteilen, diese Abnahme verteilen. Aber ich hatte ein bisschen Angst, dass sich das da vorne vor allem wählt, weil ich ja effektiv eine Runde und sofort eine andere drüber mit wirklich vielen Abnahmen hatte. Aber nein, also ihr seht es. Das hat es gebraucht, ja. Und der Ausschnitt ist immer noch recht großzügig. Also das ist ein U-Boot-Ausschnitt, ja. Bis zuletzt, ich muss auch sagen, wenn das jetzt nicht ganz so kompliziert, sich nicht ganz so kompliziert gestaltet hätte und ich mich da nicht so geärgert hätte, hätte ich vielleicht, hätte ich wahrscheinlich die Ärmel irgendwie noch weiter gestrickt. Da oben zumindest die Maschen, die vom Ärmel kommen, irgendwie weiter gestrickt, vielleicht auch mit verkürzten Reihen einfach im Muster am besten. So ein, zwei Muster setze noch drauf, dass sich das einfach ein bisschen schließt, ja. Dass das nicht ganz so weit ist. Weil wenn ich den nämlich anhabe, ich habe den wirklich, also das Bündchen verläuft hier irgendwo in der Mitte von der Schulter. Und das ist alles frei. Es stört mich nicht von der Isolation sozusagen. Es stört mich auch nur bedingt von der Optik, weil es ist immerhin ein U-Boot-Ausschnitt und manche stricken das ja dann absichtlich so, dass das so aussieht. Aber es sieht ein bisschen komisch aus, je nachdem welches T-Shirt ich drunter anhabe, weil das sieht man da dann natürlich. Also das T-Shirt verläuft dann hier und das sind links und rechts halt dann drei, vier Zentimeter, wo das rausschaut, ja. Aber ich glaube, so alles in allem nach dem ganzen Übel, den mir dieser Bulli so geboten hat, habe ich das jetzt relativ gut gelöst. Und das war einfach die richtige Tagesverfassung, nachdem ich den hier einfach angenäht hatte. war das einfach die richtige Tagesverfassung. Und da habe ich mich dann um den Kragen, um das Bündchen gekümmert und das hat dann komischerweise funktioniert. Ich bin da natürlich sofort reingeschlüpft und also der steht noch ein bisschen ab, ja. Also nachdem ich hier die Maschen abgekettet hatte, bin ich sofort reingeschlüpft. Dann bin ich drauf gekommen, dass ich die zu locker abgekettet hatte. Somit musste ich die Abkettreihe nochmal aufmachen und habe die dann wirklich jede Masche gut angezogen, damit es einfach nochmal ein bisschen zusammenzieht. Es ist jetzt immer noch etwas locker und ich bin beim Überlegen, ob ich da dann so einen Einzuggummi, irgendwie so einen ganzen, oder Nähgummi heißen die, die dünnen, weißen Gummis, wirklich irgendwie da oben noch befestige. Ich weiß nur noch, ich weiß nicht wie, also da fehlt mir jetzt noch der Input, da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken darüber gemacht. Aber ob man da nicht irgendwie diesen weißen, ganz dünnen Gummi irgendwie einnäht und dann zuzieht, oder ob ich den einhäkle um irgendeine Masche, irgendwie so, dass man das ja an der Vorderseite nicht zieht, keine Ahnung. Da müsste ich mir jetzt nochmal ein bisschen Gedanken machen. Aber der wurde fertig. Ich würde jetzt sagen, vor nicht ganz zwei Wochen, würde ich jetzt ungefähr sagen. Es sind nicht ganz zwei Wochen, aber so circa. Ich hatte den, glaube ich, jetzt schon fünfmal an. Zum einen, weil mir hier in meiner Wohnung schon kalt wurde. Da gab es jetzt mal so zwei richtig, richtig schöne, für mich schöne, auch für andere vielleicht nicht schöne, aber so zwei richtig, richtig schöne Regenwettertage. Also da war, also da kam Wasser runter aus Eimern, ja. Das waren dann wahrscheinlich die Tage, wo es in anderen Teilen Südtirols Bäume umgeschlagen hat und Muren runter kamen. Bei uns hier kommt nur Wasser. Gott sei Dank. Da kommt auch kein Hagel. Da, wo ich arbeite, kommt vielleicht ein bisschen Schnee. Da schon, da hat es jetzt schon zweimal angezuckert. Aber im Großen und Ganzen kommt bei uns hier nur Wasser. Gott sei Dank. Schon alleine bei den zwei Tagen, da war ich, da hatte ich dann am Abend hier auf dem Sofa, da war mir dann kalt, da habe ich den dann ausgepackt, weil ich mir dachte, ich muss das ja jetzt probieren, ob ich schon alleine das Material tragen kann und ob der dann mir so von der Bassform her so gefällt, wie er halt ist. Das hat dann schon mal gut funktioniert. Dann war es einmal so richtig, richtig kalt, da hat es die ganze Nacht geregnet. Oder Kater spielt auf dem Balkon. Da hat es dann einmal die ganze Nacht richtig, richtig geregnet. Und, also es sah gerade so aus, als wäre das ein Häschen. Ja, es ist gerade rumgehüpft. Das seht ihr jetzt leider nicht, aber ich habe da gerade zwei Meter neben mir Kino. Ich weiß nicht, was er gefunden hat. Wahrscheinlich irgendein Tier, so ein Nachtfalter oder sowas. Keine Ahnung. Eben einmal auch auf Arbeit angehabt, weil es da die ganze Nacht durchgeregnet hat und ich mir dann einfach zu 100% vorstellen konnte, dass auf 2000 Metern Höhe dann arschkalt ist. Und ja, ich musste den nicht einmal ausziehen. Ja, ich hatte den den ganzen Tag über an. Es hat auch an dem Tag geregnet und da habe ich dann meine Arbeitskollegin darauf hingewiesen, sollte sie irgendwas riechen, was Scharfiges, ja, dann bin ich das. Also, weil er war wirklich feuchtes Wetter und rein theoretisch ist er ja, also wenn irgendwie die Luft feucht ist, kann das gut sein, dass wenn er sich so ein bisschen die feuchte Luft so ein bisschen anzieht, dass das dann einfach mehr nach Scharf riecht. Auch so riecht das jetzt nach Scharf, also das riecht schon nach Scharf. Das riecht einfach nach Schafswolle, wie so ganz 100% unbehandelte Wolle einfach riecht. Und wenn die dann irgendwie so diese feuchte Luft so anziehen, ja, dann kann das halt schon ein bisschen mehr nach Scharf riechen, geschweige denn, wenn ich mal mit dem vielleicht in den Regen reinkomme oder so irgendwie und der etwas feucht einfach wird. Aber nein, also sie hat gesagt, sie riecht gar nichts und merkt da auch nichts. Dementsprechend, das wird jetzt noch getestet. Aber dann hatte ich den eben schon auf Arbeit an und schon weitere Male, auch gestern, als ich auf unserer Terrasse unten saß beim Stricken, da war einfach so zwischen Sonne und Wolken permanent, ein permanenter Wechsel und sobald hier Wolken rauskommen, wird es einfach kühl. Also wir sind jetzt schon, wir hatten heuer keinen wunderbaren Sommer hier, möchte ich mich jetzt auch gar nicht beschweren, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie es auch beispielsweise Süditalien bei Standort 42 Grad ist, zwei Monate lang. Also das wäre einfach nicht meins. Aber wir haben jetzt schon wieder, also es sind hier schon wieder so Herbst-Vibes, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist jetzt Anfang August, also Ende Juli mit Anfang August haben wir es jetzt hier schon wieder recht kühl. Vielleicht kommt noch mal so eine heiße Woche, kann schon sein. Kann auch hier hin gelangen noch. Aber an und für sich glaube ich, dass der Sommer für mich hier zu Hause, bei mir zu Hause gelaufen ist, ja. Dementsprechend hatte ich den auch gestern auf der Terrasse an. Wenn die Sonne rauskommt, wird es mal kurz ein bisschen warm, aber da kremple ich mir dann die Ärmel hoch. Ich kann den natürlich auch ausziehen, aber der hat ein wunderbares, wunderbares Klima. Also auch wenn es da ein bisschen warm wird, man fängt nicht sofort an zu schwitzen, ja. Also ich krempel mir die Ärmel dann einfach hoch und schopper mir die hoch und dann passt das schon wieder. Und umgekehrt, sobald dann die Wolken wieder rauskamen oder die Wolken einfach die Sonne verdeckt haben, wird es wieder Gold wert, ja. Ja, ich bin, ich schaue mir den Bulli so mit einem lachenden und einem weinenden Auge einfach an. Das Lachende logischerweise, weil er mir ungemein gut gefällt. Also das Muster gefällt mir super, super gut. So wie der jetzt rausgekommen ist, auch so wie er sitzt, gefällt er mir wirklich, wirklich gut. Und ich bin sehr zufrieden. Ich glaube, dass das soll auch, ich möchte jetzt nicht sagen langsam, langsam, aber dass der in dem Winter wahrscheinlich einer meiner Lieblingspullis werden wird. Auch aufgrund der Farbe, aufgrund der Wolle, aufgrund des Musters und so weiter und so fort. Aber logisch auch das weinende Auge, weil immerhin hat er mir jetzt nicht gerade schlaflose Nächte bereitet, aber wirklich so einige kleine Wutanfälle, ja. Also das muss ich schon sagen. Deshalb so auch das weinende Auge. Aber für das, dass das ein brauner Pullover ist, ich glaube, dass braun nicht die beste Farbe für Kleidungsstücke ist. Aber dafür, dass das ein brauner Bulli ist, auch mit weißem Einstricksmuster, aber trotzdem ein brauner Bulli, ist der grandios. Also der passt zu jeglicher Jeans. Ich, keine Ahnung. Also da ist ganz egal, was ich anhabe, ich schmeiße mir den drüber. Und das ist so ein bisschen wie der Raglaner, passt auch zu allem. Jo, da bin ich jetzt ganz froh, der ist fertig. Der ist fertig und ich bin glücklich, dass er fertig ist, dass ich ihn anziehen kann und dass ich mich eben da nicht mehr rumstreiten muss mit den Kleinigkeiten. Aber das mit dem Ausschnitt, das werde ich mir jetzt noch so ein bisschen überlegen. Sobald ich den anhabe, wie soll ich sagen, wenn ich da reingeschlüpft bin, dann sieht das ja noch mal ein bisschen anders aus. Wenn ich da jetzt aber vielleicht, keine Ahnung, irgendwas arbeite oder wie auch immer, also in dem Moment die Schultern sich ein bisschen zusammenschieben beim was auch immer Handhaben, dann wälzt sich das Dingens ein bisschen und ich muss mir das jetzt anschauen, inwieweit mich das stört oder nicht. Ansonsten werde ich da schon eine Lösung finden, wie ich denn diesen ganz, ganz dünnen Nähgummi, wie ich den da irgendwie ran montiere, ohne dass man den von außen sieht und trotzdem, dass es einfach noch mal ein bisschen zusammenhält. ganz dezent, es soll ja keine Falten werfen, weil es das momentan auch nicht macht, obwohl ich da so viele Maschen abgenommen habe. Aber, dass das halt, dass die Tendenz von der Up-Cat-Kante halt trotzdem immer noch das vom Zusammenziehen ist, anstatt da einfach auszuleiern. Ich kann mir eben auch vorstellen, dass diese Up-Cat-Kante mit der Zeit etwas ausleiert eben und dementsprechend halt das Problem, unter Anführungszeichen, das Problem, dass es einfach schlimmer wird, also dass es immer noch sich weiter auseinanderleiert halt. Aber das schaue ich mir jetzt ganz gemütlich an. Ich habe ja, wenn das jetzt so ist, bis nächstes Jahr im Mai Zeit daran rumzubasteln. Ja, also den werde ich jetzt den ganzen Winter über wahrscheinlich anhaben. Das ist mein Isländer von Raumagam. Genau. Dann habe ich noch andere fertige Projekte. Ich habe noch ganz, ganz viele Babysocken, die ich fertig habe. Die habe ich aber teilweise schon verschenkt. Also die wurden letzte Woche irgendwann, letzte Woche, habe ich die mit auf Arbeit genommen und meiner schwangeren Arbeitskollegin zur Verfügung gestellt, dass sie sich da was aussuchen kann. und habe da vorne einen kleinen Clip aufgenommen, einfach damit ihr seht, was ich da nicht doch noch alles gestrickt habe und was da nicht doch noch alles fertig wurde, weil in der Zwischenzeit habe ich lange nicht mehr alle Sockenbärchen, Babysockenbärchen da. Und den Clip, den schneide ich euch jetzt da rein. So, der kleine Zwischenstand. Wir haben heute... Okay, das war jetzt überhaupt nicht geplant, logischerweise. Katze macht, was sie macht. Normalerweise, wir haben jetzt heute schon ein bisschen ein anderes Setting. Normalerweise sitze ich eigentlich hier auf einem Stuhl neben meiner Handschuhkiste, die ihr ja in dem Sinne kennt, dass die mir als Schreibtisch dient, während ich meine Videos aufnehme. Aber dadurch, dass das jetzt eigentlich nur so ein ganz kurzer Clip werden soll, wo ich euch meine fertigen Babysöckchen in die Kamera halte, denn die werden morgen nämlich irgendwas von denen wird morgen verschenkt. Und dann dachte ich mir, ich mache jetzt diesen kleinen Auszug einfach heute, ganz, ganz schnell und improvisiert. Deshalb sitze ich jetzt hier auch auf dem Boden vor meiner Handschuhkiste. Ihr seht, da ist Wolle noch und noch drin. Da sind auch ein paar Sachen drin, die ihr noch gar nicht kennt, die ich euch noch nie gezeigt habe, noch nie in die Kamera gehalten habe. Wolle, die ich so ein bisschen hüte auch, aber früher oder später seht ihr die sicher. Und zwar die Babysöckchen. Im letzten Video waren das Paar Nummer 1 und 2 fertig. Das waren die beiden Zugsocken. Und an Paar Nummer 3 habe ich angefangen. Ich weiß aber nicht, ob ich die erste Socke schon fertig hatte. Ich gehe mal davon aus. Auf alle Fälle haben wir jetzt beide Söckchen logischerweise fertig. Mit ganz viel Katzenhaar. Da muss ich danach nochmal drüber rollen. Das sind jetzt einmal die blauen Söckchen. Die gefallen mir sehr gut. Vor allem, weil das einfach ganz, ganz simpel ist. Mit einem 1 rechts, 1 links Bündchen. Ich mache da keine verschränkten Maschen, weil mir das irgendwie nicht gefällt. Keine Ahnung warum, frag mich nicht. Aber normalerweise, wenn ich rechts verschränkt und links stricke, dann sieht das irgendwie nach nichts aus. Und wenn ich einfach nur rechts und links stricke, dann sieht das bei mir irgendwie sauberer aus. Aber ja. Das sind einmal die. Die sind fertig. Dann waren wir natürlich weiterhin langweilig. Also habe ich nochmal Wolle rausgesucht. Und habe dann noch... Oh Katzenhaar. Und habe dann einfach nochmal ein paar ganz neutrale in Grün. Es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, es sieht ein bisschen mehr nach Moos oder nach Fahren aus, also es ist jetzt nicht so Grasgrün wie in der Kamera, ja. Aber auf alle Fälle ein paar ganz, ganz simple grüne Socken. Und zwar mit Bündchen obendran, einem 1,1 Bündchen. Und da unten habe ich dann 3,1 gemacht. Jo, das ist ein 3,1. Und das habe ich dann am Oberfuß weiterlaufen lassen. Das mache ich ganz gerne, einfach damit die Socke ein bisschen mehr die Form bewacht. Habe ich auch hier gemacht. Jetzt kommt die Antenne. Hallo. 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 Das habe ich auch bei den Blauen da gemacht. Da ist unten auf die Sohle, die ist glatt rechts. Und oben ist es 1,1. Das ist mein Mikrofon. Dann, nach den grünen Socken war mir immer noch langweilig. Beziehungsweise ich hatte immer noch Lust drauf, Babysöckchen zu stricken. Dann habe ich mir nochmal einen Rest rausgesucht. Und das ist jetzt, das sind dann Regenbogensöckchen. Die habe ich auch schon fertig gemacht. Die sind eigentlich nur komplett gleich wie die Blauen. Die haben auch ein 1,1 Bündchen überall. Und auch das Muster hier, das Muster geht hier auch am Oberfuß weiter. Und die Sohle, die ist glatt rechts. Die sind jetzt ein bisschen kleiner. Da habe ich ein bisschen weniger lang gestrickt. Also die sind wirklich nur so ganz, ganz ein Mühe. Das ist so ein halber Zentimeter, würde ich jetzt mal sagen. Aber die sind ein bisschen kürzer. Die habe ich gestrickt auf einer Hin- und Rückfahrt mit dem Bus von mir zu Hause zur Arbeit. Da hatte ich keine Lust drauf, das Auto zu nehmen. Und dann dachte ich mir, ja, da nimmst du da was zum Stricken mit. Und dann habe ich eine Socke, die ist bei der Hin- und Rückfahrt schon fertig gewesen. Und die zweite habe ich dann einfach danach angefangen. Da hatte ich dann keine Lust, im Bus die Maschen aufzunehmen. Beziehungsweise da vorne das Abketten. Ich kann das ja im Maschenstich abnähen, ja. Aber wenn ich keine Nadel zum Abnähen mit habe, wie mache ich das dann? Da muss ich es halt auf den Nadeln, mit den Nadeln abnähen sozusagen. Das ist ein bisschen komplizierter, da muss man ein bisschen mehr nachdenken. Wenn ich aber irgendwo ganz gemütlich sitze, dann schaffe ich das auch ohne, dass ich da eine Nähnadel habe. Also ist dann kein Problem. Aber im Bus ist das dann halt schon ein bisschen, da wackelt das und schuckert das und, ja. Aber das sind dann einmal die hier. Die gefallen mir persönlich am besten bis jetzt, weil ich einfach die Farbe mag. Und ich glaube, ich selbst müsste sogar Socken in den Farben haben. Und dann war mir immer noch langweilig. Es war einfach so, die sind, also alle Säckchen hier sind einfach so ein wunderbarer Zeitvertreib, weil man da einfach so ganz gemütlich dran stricken kann. Die sind absolut schnell gestrickt und gleichzeitig muss ich, ich muss da jetzt nicht groß drüber nachdenken. Ich schlage bei allen Säckchen 40 Maschen an und stricke dann einfach ein Bündchen oder den Schaft runter, wie es mir gerade gefällt. Ob mit oder ohne Muster, je nachdem. Mach dann eine Käppchenferse dran. Ganz, ganz simpel, ich habe da noch nicht mal Zwickelabnahmen, also das geht sich bei mir wunderbar auf. Und stricke dann auch den Fuß und irgendwann eine Spitze, wenn mir vorkommt, dass die Socke eigentlich groß genug ist. Dementsprechend nachdem, das waren jetzt das Paar Nummer 3, 4 und 5, gab es da natürlich noch ein Paar Nummer 6. Und das war auch eine Restewolle. Das ist so eine Lana großer Meilenweit, ich glaube mit Seide. Das wäre deren Sommersockengarm, ja. Und da habe ich, die Wolle habe ich benutzt für ein paar kurze Socken, Sneakerssocken. Ich glaube, mit einem erfundenen Muster. Also da habe ich mir einfach ein paar Zöpfe rausgesucht, einfach so ein bisschen was rumprobiert und habe da dann so ein Sneakerssocken gemacht mit Zopfmuster oben auf dem Fuß. Und da ist natürlich einiges übrig geblieben, denn wegen so ein paar Sneakerssocken braucht man kein ganzes Knäuel. Und das ist jetzt so ein Resteknäuel, das in meinem Sammelsurium ist und das habe ich dann rausgesucht und habe die dann gestrickt. Mir gefallen da die Farben sehr gut. Und jetzt, wo ich dann effektiv, also 6, 5, 4, 3 und natürlich habe ich das Paar Nummer 2 vom letzten Mal, das Paar Nummer 1 auch da. Und das ist jetzt die ganze Kollektion, ja. Und also, man weiß effektiv nicht, was es wird. Die Beschenkte möchte das auch nicht wissen, das respektiere ich natürlich. Ich persönlich würde den Affenkitzel nicht überleben. Aber ja. Und dementsprechend suche ich mir entweder was raus, was mir gefällt, wo ich glaube, es wird entweder ein Mädchen oder ein Junge, muss ich mir was überlegen. Oder ich bringe ihr alle 6 Paar und sie kann sich selbst was raussuchen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das, da habe ich jetzt noch keinen Plan. Ich glaube einfach, dass wenn man da so 6 Paar Socken vor, oder ja, vor sich her geworfen bekommt, ob man da dann, sie würde sich sicherlich was aussuchen. Also daran würde es jetzt wahrscheinlich nicht scheitern. Aber, ob sie dann wirklich, keine Ahnung, dann wüsste, was sie da am liebsten hätte, wo, keine Ahnung, ich überlege mir das jetzt. Oder ich nehme einfach einmal was Queech-Buntes und einmal auch was, keine Ahnung, was Neutrales, vielleicht in Gelb. Auch wenn ich Gelb jetzt als nicht so neutral empfinde, aber einfach zwischen, ja, Queech-Bunt und auch die hier, Queech-Bunt, vielleicht irgendwas etwas Eintöniges. Auch die Blauen, die Blauen sind ja, also es ist jetzt nicht Queech-Bunt, da ist ein bisschen Farbverlauf mit dabei, aber es ist ja nicht Queech-Bunt. Aber auf alle Fälle, das sind jetzt schon mal 4, 4 fertige, 4 fertige Projekte, meine Güte. Und dann handelt es sich nur um die Säckchen, ja, ja, ja. Ja, die dürfen morgen mit und dann schauen wir mal, was sich die gute Arbeitskollegin aussucht. Da fällt mir jetzt noch was ein. Ich kann euch heute noch was zeigen. Und zwar habe ich heute was Gestricktes an, ein gestricktes Sommershirt, ja. Man sieht es schon, man kann es jetzt nicht ganz perfekt erkennen. Das ist das Thamnophis Tee von More Thunder. Das ist Morgan, ich weiß nicht was, wie die Frau mit Nachnamen heißt. Da habe ich damals an einem Teststrick mitgemacht. War das ein Teststrick? Nein, das war ein Knit-Along. Das war ein Knit-Along, genau. Und zwar habe ich die Frau auf Instagram gefunden und die hat so was von angenehme Videos gemacht über ihre, ja, Stricke Anleitungen, über ihre Designs und die war mir dann auf Anhieb sympathisch und die hat so einem Net-Along aufgerufen von ihrem eigenen Design, das Thamnophis Tee und da habe ich dann mitgemacht. Also da konnte man die Anleitung kaufen, da konnte man die Anleitung kaufen und dann ging es auch schon zwei, drei, vier Tage später los. Und da ich da relativ kurzfristig mir was an Garn raussuchen musste, habe ich mich für die, das ist die Merino Extra Fine von Drops, das ist die für die Nadelstärke 4 mm, die habe ich mir rausgesucht. Weil ich hatte da keine Möglichkeit, mir so schnell irgendein Garn zu organisieren und in meinem Sammelsurium habe ich zwar Sommergarne, aber meistens nie genug, damit da ein Shirt mit Ärmelchen dabei rausschaut. Und da ich mir da einfach, ich konnte mir da von der Mengenangabe nichts vorstellen. Ja, Mengenangaben, also es ist immer was, irgendwie so die Lauflänge oder das, was man so an Metern braucht, ist schon immer angegeben. Wenn da aber dann die Nadelstärke oder die Maschenprobe nicht ganz so perfekt stimmen, dann ist das auch schon wieder hinfällig. Und ich muss euch sagen, so einfach es für mich ist, für Winterpullis die Lauflänge, die ich brauche, oder Lauflänge, die Meteranzahl, die ich brauche, für Winterpullis abzuschätzen, also das kann ich richtig, richtig gut. Gut, da bleibt manchmal schon was über, aber nicht extrem viel. Ja, also da bleibt dann vielleicht mal ein Knäuel über, ja, jemand vielleicht sagt dann auch, ja, das Knäuel ist eigentlich schon genug, schon zu viel. Aber lieber habe ich das Knäuel, weil ich immer längere Ärmel brauche und je nachdem, wie sich die Wolle so ein bisschen verhält, ja, habe ich lieber das Knäuel als zum Spielraum. Aber so gut, wie ich meine benötigte Menge für Winterpullis abschätzen kann, so schlecht kann ich die abschätzen bei den Sommershirts. Ganz egal, ob das wirklich Shirts nur mit Trägern sind oder ob das auch, ganz egal, ob Racklern oder Rundbasse mit ganz kurzen Armen sind, wo ich an und für sich nicht nochmal den Faden ansetzen muss, sondern einfach in dem Moment, wo ich die Arme stilllege, ist der Arme fertig, ab und noch schlimmer ist es dann halt einfach, wenn ich da dann noch 2, 3, 5 Zentimeter dran stricken muss. Ich kann es sowas von nicht abschätzen. Das ist ganz, ganz schlimm, weil ich so einiges an Sommergernen hier habe, die ich dann nicht benutzen kann für die Designs, wo es mir halt gerade, oder die mir gerade gefallen und wo mir die Wolle da an und für sich oder das Garn an und für sich gut gefallen würden. Ich habe keine Ahnung, was ich da für ein Problem habe, also vor allem, weil es eben bei den Winterpullis so einfach ist, aber ja. Und das einzige Garn, wo ich sicher mehr als genug da hatte, war eben dieses 100% Merino-Garn. Und jetzt so im Nachhinein finde ich es auch gar nicht schlimm, dass ich ein Sommershirt aus Merino-Wolle habe, weil das ist jetzt so mein Übergangsshirt, wenn es für meine Leinenshirts zu kalt ist, aber gleichzeitig auch schon wieder für einen Langarm-Bulli, Mücke, Stechmücke sogar. Meine Liebe. Irgendwann kriege ich dich. Ich werde nämlich von den Mücken zerfressen, dementsprechend. Eben die Leinenshirts sind dann schon wieder zu kühl und mein dünster Langarm-Bulli ist dann schon wieder zu viel. Also da brauchst du irgendwie ein Mittelding. Und das ist mein Mittelding. Ich habe das ganz, ganz gern an. Das ist hinten am Rücken, ist das offen. Ich werde euch das jetzt halt nur so mittelmäßig zeigen können. Aber ja, das sind dann so Bändel mit dran, mit denen man das ein bisschen verstellen kann. Und das ist im Groben und Ganzen einfach eine Rundbasse, die zuerst offen gestrickt wird und danach einfach zur Runde geschlossen wird und geradeaus runter. Geradeaus runter? Ich glaube schon. Ein wunderbares Tragegefühl, ein super Klima, muss ich wirklich sagen. Und mir gefällt einfach das Design. Nein, auch die grauen Streifen, die sind mit in der Anleitung, also dass da wirklich ein Streifenmuster drin ist, dass man hier die Anschlagskante farblich absetzt. Auch die Abkettkante wird farblich abgesetzt und mir gefällt das Shirt ungemein. Das passt bei mir zu jeder Hose und ist richtig angenehm zum Tragen. Das wollte ich euch jetzt noch schnell zeigen, wo ich es gerade in der Kamera gesehen habe, dass ich ja das heute anhabe. Mein Thumb-No-Fist-T Findet ihr dann sicher unten verlinkt. So, jetzt geht es zurück zum normalen Video. Und tschüß. So, das waren die Babysückchen. Die gute Arbeitskollegin hat sich zwei Paar, glaube ich, rausgesucht. Einmal die gelben Zugsocken hat sie sich rausgesucht und das letzte Paar aus dem Garn, wo der Seidenanteil mit drin ist, so ein Sommergarn. Das sich so ein bisschen gemustert hat, wo ich die kurzen Sneakerssocken für mich schon mal gestricht hatte. Sie wusste zuerst gar nicht, was nehmen. Ich habe aber zu ihr dann gesagt, sie kann sich aussuchen, was sie möchte. Und vor allem, wenn sie das ihrem Kind anzieht. Also, es gibt ja manche, denen kann ich das zwar schenken, also da kann ich das zwar verschenken und die freuen sich auch drüber, aber ziehen das ihren Kindern dann doch nicht an. Ja, und ich lege da in dem Sinne dann halt Wert drauf, ich verschenke gern Selbstgestricktes, wenn ich weiß, dass es einen Nutzen findet. Dementsprechend habe ich zu ihr gesagt, wenn du sicher bist, dass du das deinem Kind anziehst, schon alleine, weil das ein Winterkind wird und weil du Wolle nicht als altmodisch empfindest, wie möchte man das jetzt sagen, also nicht so als klischeehaft für so ein Omi-Gestrick, sondern du ziehst das deinem Kind an, weil dein Kind eventuell frieren könnte und du effektiv verstanden hast, dass Wolle ein guter Isolator ist oder einfach gut isoliert und das angenehm ist zum Anziehen, dann nimm bitte das Söckchen mit, wie viele du möchtest. Und da hat sie sich dann die zwei Paar ausgesucht. Und die Babydecke, die kam natürlich auch super an. Also, da habe ich jetzt schon Werbung wieder gemacht. Nicht nur für die Babydecke, sondern, oder nicht nur für mich, sondern effektiv auch für die Babydecke und die ganzen einzelnen gehäkelten Granny Squares, dass das wirklich für die Feinmotorik nicht ganz schlecht ist. Das noch dazu. Dann habe ich einiges auf den Nadeln. Nicht ganz megamäßig viel, aber so einiges. Ich würde mal, oh, ich habe das Buch vergessen. Ah, das Buch, das Buch. Das müsste eigentlich hier sein. Wir gehen auf. Und zwar Das Buch. Ich habe das Buch vergessen. Das liegt Gott sei Dank nur da drüben, dementsprechend. Meine Reste. Ne, das sind keine Reste. Meine Fleckendecke, die einfach ungenutztes Garn benutzen soll. Ja. Ich habe da ja diese ganzen Wollknäuel, diese ganzen verschiedenen Farben. mal gekauft. Das ist 100% Acrylgarn. Und das lag jetzt schon seit einigen Jahren bei mir rum. Und ich möchte es einfach irgendwann mal verstricken. Die Farben an sich finde ich ja nicht schlecht. Die Farben an sich finde ich nicht schlecht. Nur das Garn selbst überzeugt mich halt nicht. Aber ich möchte die Knäuel auch nicht bei mir herumliegen haben. Ja, also wenn das jetzt nur, wenn das jetzt noch mal fünf Jahre bei mir herumliegt, das bringt nichts. Also da kann ich auch irgendwas draus machen. Und da hat mich dann der Rappel gepackt und ich wollte so eine Fleckendecke machen. Also etwas, wo ich wirklich stricke und dann nehme ich Maschen auf und dann stricke ich weiter und dann nehme ich wieder Maschen auf und dann stricke ich weiter und so weiter und so fort. Und da habe ich mir das Buch dazu gekauft und habe mir da dann ein Muster rausgesucht. Also da sind unmöglich viele Muster dabei. Also nur so als Beispiel. Ihr seht jetzt auf der Rückseite vom Buch die einzelnen Beispiele. Die sind dann natürlich gezeichnet. Da sind aber auch immer Bilder von der richtigen Decke dann mit drin, von der gestrickten Decke. Aber das sind dann halt so die gemalten Muster, dass ihr so ungefähr versteht, was in dem Buch nicht alles drinnen ist. Auch da auf der Seite. Alles Mögliche. Oh, da ist sogar die, die ich stricke. Und da habe ich mir dann ein Muster rausgesucht. Ich finde das Buch richtig, richtig cool als Inspiration. Es ist nur ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn man so ganz mal schnell was stricken möchte, da sind nur ein, zwei Muster mit drin, die sich dafür eignen. Alles andere ist trotzdem ein großer Aufwand. Aber man hat eine richtig, richtig coole Batchwork, Geometric Blanket Decke danach zu Hause oder kann die verschenken. Ich finde es schon cool. Also so als Input finde ich das Buch richtig, richtig cool. Ich habe da das letzte Mal euch ja berichtet, dass mich das so richtig, richtig, dass ich, ich hatte die zwei Panels, ja. Ich habe jetzt leider keine lang genüge Nadeln da mit drin, aber ja, ihr kennt ja, Panel Nummer 1. Und wenn ich die jetzt darüber schoppe, dann ist da Panel Nummer 2. Die hatte ich das letzte Mal ja lange schon fertig. Beim vorletzten Video war ich da noch am Stricken, aber beim letzten Mal hatte ich da schon fertig. Und dann hatte ich ja das Dilemma mit dem Verbinden in der Mitte. Das Dilemma in dem Sinne, weil das einfach nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, ja. Und ich habe euch da ja dann berichtet, dass es da drei Versuche gebraucht hat. Und nach dem dritten Versuch habe ich das Ding ganz ein bisschen in die Ecke geworfen, weil alle drei Sachen nicht so funktioniert haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Beim ersten Mal ist es auch daran gescheitert, dass ich nicht imstande war, bis 90 zu zählen. 90 Maschen waren es, genau. Ich war nicht imstande, bis 90 zu zählen. Und deshalb musste ich das ganze Ding jetzt nochmal aufmachen. Und dann war eine Zuschauerin mit dabei im letzten Video. Die hat mir in den Kommentaren reingeschrieben, ich könnte ja die zwei Paneele mit einem I-Cord dann verbinden. Ich weiß jetzt nicht, ob sie geschrieben hat, mit einem rosa Balken, links und rechts oder ohne. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das war für mich der beste Input für dieses Problem, auf alle Fälle. Denn ich habe dann einfach links und rechts den Balken gestrickt, wie ich den ja eigentlich schon haben wollte. Ich wollte da links und rechts so einen rosa Balken haben oder einen pinken Balken haben, einfach damit ich das Garn wieder auf im Projekt nochmal aufnehmen kann. Habe ich da dann den pinken Balken gestrickt, links und rechts und habe dann die beiden Teile separat auf zwei Nadeln gestrickt. Also schon alleine deshalb, damit mir nicht nochmal das Problem oder nicht nochmal noch Fehler passiert, dass ich anstatt beide Seiten, beide rechten Seiten, sondern einmal rechts und einmal links falsch zusammen stricke. Nein, dann habe ich die wirklich separat auf zwei Nadeln und kann das nochmals kontrollieren, dass die richtig liegen beim Zusammenstricken. Das hat auch funktioniert. Und dann habe ich die mit einem I-Cord zusammengestrickt. Und das Lustige war, ich glaube, ich musste, ich habe das gestrickt mit Nadelstärke 3 und den I-Cord mit einer 3,5. Ich musste halt eine Viertel oder eine halbe Nadelstärke hochgehen für den I-Cord, damit das nicht alles so zusammenzieht und zusammenschoppert, weil ja immerhin, das ist ja alles graus rechts gestrickt und das lässt sich ungemein gut dehnen in alle Richtungen, ja, ganz egal wohin, was ich natürlich positiv finde für eine Babydecke. Also die wird dann, sobald sie fertig ist, gewaschen und gespannt. Aber ich habe das Dingens jetzt mit einem I-Cord zusammengestrickt und das hat wunderbar funktioniert. Und ich finde auch die Optik danach, jetzt natürlich, wenn es auf den Nadeln ist und sich so schoppert, dann sieht das ein bisschen komisch aus, aber ich finde auch die Optik, dass das einfach, dass da in der Mitte so eine Falte ist, also das macht ja dann so eine leichte Falte, finde ich überhaupt nicht schlimm, weil das ist dann ja dann wirklich die Mitte von der ganzen Decke. Die mittelste Kante, die es in der ganzen Decke nur gibt und dann stört mich das hier überhaupt nicht. Und ich weiß auch schon, wie ich weitermachen werde und da werde ich noch so ein kleines Design-Element mit einbauen und das sieht dann eh ähnlich aus, wie hier in der Mitte jetzt diese Kante. Da ist richtig so eine Kante entstanden, also logisch mit dem I-Cord, aber das ist eine richtig schöne Kante und ich werde sowas in der Richtung irgendwo in der Decke nochmal mit aufnehmen. Ich habe da schon eine Idee, ich habe sowas noch nie gestrickt, aber das werden wir dann ausprobieren. Mal schauen. Aber danke für den Input, für den Hinweis, für die Idee, wie auch immer, weil das hat einfach nur wunderbar funktioniert. Vielleicht, wenn ich es so rumhalte, geht es ein bisschen besser. Ja, da sieht man ein bisschen mehr. Da sind die beiden Teile jetzt verbunden. Ich finde, für das, dass das wirklich so einfach so ein Projekt ist, wo ich gern verwenden möchte, weil ich es einfach loswerden möchte, sieht das Ding nicht schlecht aus. Ja, also wir haben jetzt schon so eine Spannbreite von etwa einem Meter, also in der Länge, die Breite noch nicht, die Länge ist so ungefähr einem Meter und jetzt arbeite ich eben in die Breite. Ich habe dann die, da hauen mir fast schon die Maschen ab. Ich habe, nachdem ich das dann zusammengenäht, zusammengestrickt hatte, habe ich dann auf einer der beiden langen Kanten alle Maschen aufgenommen, die ich irgendwie aufnehmen musste, damit das eine richtige Größe einfach bekommt. Maschen aufgenommen und habe mich jetzt für eine Farbe von den beiden Helden entschieden. Wir haben ja einmal hier dieses gedupftelte, ja, aber wir haben auch einmal diesen leichten Ombre. Und ich habe mir dann einfach eines der beiden rausgesucht, der beiden Knäuel. Das ist jetzt halt das mit den ganzen Bünktchen. Das sind diese zwischen Violett und Rosa Farben im Bünktchen mit drin auf dem weißen Garn. Und ich finde die Farbe richtig, richtig süß. Also, wenn es jetzt nicht Acryl wäre, ich könnte mir da so einen Kinderbully aus dem ganz gut vorstellen. Ich finde das richtig, richtig süß. Ich habe da jetzt alle Maschen aufgenommen, die ich irgendwie brauche, damit ich da einfach auf die richtige Länge komme und stricke jetzt im Kraus rechts einen weiteren Balken. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, wie hoch der werden muss, damit ich irgendwie eine Form zusammenbringe. Aber ihr könnt es ja, ihr könnt euch das ja so vorstellen, wenn da alleine schon die Länge ein Meter ist, das hier ist noch nicht ein Meter. Ich werde die zwar sicher eher rechteckig machen als quadratisch, also ich wäre da schon darauf aus, dass die eine leichte rechteckige Form bekommt und nicht perfekt quadratisch wird. Aber ihr könnt es euch vorstellen, das ist einfach noch zu wenig. Da kommt außenrum dann sowieso noch was mehr. Also das ist ja nicht alles. Ich baue mir die Decke wirklich so zusammen und so auf, wie es mir einfach gerade passt. Was ja genau mein Plan war. Also ich muss keine Fäden vernähen, weil ich die einfach beim Stricken mit einwebe. Das sieht man hier natürlich gar nicht, aber also die beiden Fäden waren mal da und ich habe die dann einfach beim Stricken mit eingewebt und kann die dann ohne Probleme abschneiden und das geht auch nicht mehr auf. Also da kann schon mal sein, dass ein Fadenende auf der anderen Seite durchguckt, aber da geht sonst nichts mehr auf. Aber ich habe da jetzt eben den ersten Balken bin ich am anstricken. Das sind jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8. Das sind jetzt 36 Reihen. 35 Reihen vielleicht, weil die erste war nur die Aufnahmerunde. Das sind 8 cm. So ungefähr könnten schon sein. 9 cm. Ich werde da schauen, dass ich schon noch so ein Stückchen mit dran stricke. Also vielleicht dass so 15 cm komme. 13 bis 15 cm. Wenn ich da jetzt, ich habe jetzt 18 solche Krausrippen. Ich stricke jetzt mal ganz bestimmt, bis ich 20 Krausrippen habe und wenn mir das dann nicht breit genug erscheint, weil ich muss ja denken, diesen Balken, den ich jetzt hier anstricke, auf einer Seite, den stricke ich dann mit dem anderen hellen Ton auf der anderen Seite an. Das heißt, so viel wie ich da anstricke, muss ich dann auch da anstricken. Die Menge ist ja egal, aber einfach, dass ich die richtige Breite dann erhalte, damit es nicht ganz so ein dünner Streifen einfach wird. Ich werde da jetzt weiter stricken, bis ich mindestens 20 solche Krausrippen habe. Schau mir das dann an, weil da wird jetzt nicht, man weiß Gott, wie viel mit drankommen, aber schau mir das dann an und mach dann halt vielleicht auch 22 Krausrippen, 25 Krausrippen. Das ist ja in dem Moment ganz intuitiv. Ich stricke da einfach so lange, bis es mir gefällt und mach dann dasselbe auf der anderen Seite natürlich auch. So schnell, wie die Paneele hier gehen, also die Paneele sind sehr schnell gestrickt, das wird auch überhaupt nicht langweilig beim Stricken, weil man ja immer wieder, also schon alleine, wenn man da alle vier hellen Paneele hat, möchte man sofort mindestens eines dieser Pinken machen, einfach um zu schauen, wie das dann aussieht und wenn man dann ein Pinkes dran hat, dann denkt man sich, oh, da kann ich jetzt noch gar nichts drunter verstehen oder da sehe ich jetzt noch gar nichts, dann machen wir jetzt gleich noch eins. Dann habe ich schon zwei dran gestrickt und dann denke ich mir, ja das ging jetzt aber schnell, dann mache ich jetzt die anderen zwei auch frisch, weil dann habe ich die Farbe frisch gemacht und dann strickt man die beiden auch frisch und dann denkt man sich wieder, fängt das wieder von vorne an, dann denkt man sich wieder, jetzt mache ich aber ein Paneele mit dem hellen hier, einfach damit ich verstehe, wie das aussieht und dann hat man das gestrickt und dann denkt man sich, oh, da kann man noch gar nichts erkennen, da mache ich jetzt noch ein zweites und dann hat man noch ein zweites gestrickt, also alleine diese, dieses, das ging so schnell, die Paneele zu stricken, dann wenn das jetzt nicht so ein Kampf gewesen wäre mit dem Verbindungsteil, das ist ja auch eine Sache, die geht an und für sich ratzfatz und jetzt habe ich halt wirklich einige Maschen da drauf, ich habe da um die 200 Maschen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Maschen ich hier bei dem rosa Teil aufgenommen habe, aber das sind ja dann 90 plus 90 sind schon mal 180, ich würde jetzt sagen, das sind ungefähr 200 Maschen und wenn ich jetzt 200 Maschen immer hin und retour stricken muss, dann zieht sich das ja natürlich in die Länge, also das dauert jetzt eine Kleinigkeit, aber ja, es macht immer noch Spaß, einfach aufgrund dessen, ich muss keine Fäden vernähen, ich kann die alle mit einweben, größtenteils alle mit einweben, ich habe somit keinen Mehraufwand und ich kann wirklich, ich stricke da dran, wie ich gerade lustig bin, also wenn das Banel jetzt oder wenn dieser Streifen fertig ist, dann stricke ich einfach den nächsten Streifen dran und dann habe ich mir was überlegt für die Oberseite oder das kann auch sein, dass ich das noch ändere, ja, es kann gut sein, dass ich die Überlegung, die ich dann da oben hin mache, nochmal über den Kopf schmeiße und was anderes mache und dann habe ich eben eine Idee, die einfach diese Wulst hier nochmal auffasst, diese Kante, ja, und das möchte ich unbedingt stricken, aber da muss ich mir dann was überlegen, weil wie mache ich das an der Ecke und genau, also ihr versteht, das ist noch lange, noch lange nicht fertig, aber es ist immer noch spannend, weil ich einfach mir jedes Mal was Neues überlegen kann, nachdem ich eine Sache fertig habe, brauche ich schon wieder wieder eine Idee für was Neues, ja, und kann da dran stricken, wie ich gerade lustig bin, im wahrsten Sinne des Wortes stricke ich da dran und stricke da dran, wie ich gerade lustig bin. Jo, die wollte ich euch zeigen, da gibt es kein Baby, die die bekommt, die wird einfach gestrickt, weil ich eben das Garn verwenden möchte, aber ich bin mir sicher, früher oder später, gibt es da irgendwie da irgendwo im Bekannten- und Verwandtenkreis jemand, der schwanger ist und somit kann die dann ganz freuchtfröhlich verschenkt werden. Auch bei dem Garn hier immer noch dasselbe. Ich würde mal sagen, das ist jetzt noch so der Rest von dem, aber ich habe noch so einen Knäuel, ich würde mal sagen, dass sich dieses Garn einfach so für eine Allzweck- und auch Outdoor-Decke wunderbar eignet, auch so im Garten und im Wald und Co., weil die lässt sich ohne Probleme waschen, das ist Acryl, das ist nicht empfindlich. Also wenn ich die jetzt bei uns in den Garten schmeiße, auf die Wiese schmeiße und dann fünf Ameisen drauf rumlaufen und dann keine Ahnung und dann wird nebenher vielleicht noch irgendwie gespielt oder so und dann wird die dreckig, dann habe ich kein Problem, die einfach bei 30, 40 Grad, was auch immer, in die Waschmaschine zu schmeißen und muss da keinen Gedanken darüber verlieren, ob das Material das überlebt oder nicht. Das ist jetzt so in dem Sinne der positive Effekt von Acryl. Wenn man die zu heiß wäscht, wird sie zwar sicher auch hässlich, also wenn man so Plastikwolle bei 60 Grad wäscht, kann die so ein bisschen so komisch werden. Ich habe keine Beschreibung dafür, aber die kann halt so komisch werden, dann ist die nicht mehr ganz so fluffig, dann wirkt die einfach so leicht überhitzt. aber die würde das aber trotzdem noch überleben, also die kann sowas schon überleben. Ich würde die dann einfach regelmäßig bei 40 Grad reinschmeißen. Stirbt vielleicht nicht jedes Bakterium ab, aber die muss ja, wenn dann einfach mal sauber werden und wo ich dann die Wolldecke halt vielleicht nur zwei, dreimal bei 40 Grad reinschmeiße, schmeiße ich die halt zehnmal bei 40 Grad rein, ja. Das ist einmal die hier. Dann habe ich noch was auf den Nadeln, das ihr eigentlich noch kennt, schon wieder kennt, schon wieder gesehen habt. Das wird jetzt nur eine komplizierte Sache, weil ich da so viel dran hängen habe. Und zwar habe ich da jetzt natürlich auch die Anleitung vergessen. Heute ist Sonntag bei mir, ja. Und heute habe ich einfach frei. Ich habe da schon noch eine Anleitung, die habe ich vergessen auszudrucken, ja. Und das ist richtig, richtig schade, weil das Shirt ist wunderschön. Aber ihr könnt euch das Shirt anschauen und schaut euch dann bitte die Anleitung auf Reverie an. Das ist mein Cropped Lace. Lace, Cropped, Cropped Lace. Shirt Tee. Von Annie Lupton, 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 immer dasselbe. Ich weiß nicht, wie man den Namen noch ausspricht. Und dieses Shirt ist ja eigentlich ein Ufer von mir vom letzten Jahr. Und ich habe das wieder rausgekramt, weil es bei uns ja diese eine Woche, wo ich Frau Hund bei mir hier hatte, ja, also die habe ich euch ja im Video erwähnt, weil Frau Hund war da. In der Woche, wo Frau Hund bei mir da war, hatten wir einen richtig, richtig, da hatten wir eine Woche lang richtig, richtig warmes Wetter. Also da hatten wir laut meinem Auto, warnt bei mir da um die 30 Grad, zwischen 28 und 30 Grad. So richtig richtig schönes Sommerwetter, dass wenn man in der Sonne sitzt oder wenn man auf dem Berg hochgeht, ist es richtig, richtig warm und man ist, man muss immer noch Sonnencreme auftragen, aber wenn ich einfach nur bei uns auf der Terrasse sitze, dann kann ich die Beine vielleicht so schön in die Sonne halten und die werden dann effektiv braun, aber es ist jetzt nicht übertrieben heiß. Also das kann man halt aushalten. Aber es ist ein schönes Sommerwetter, einfach so richtig, schöne Temperaturen, richtig angenehm. Das war die eine Woche. Die eine Woche, wo wir richtig, richtig schöne Temperaturen hatten. Ansonsten waren halt noch ein, zwei Tage so vereinzelt, verteilt, wo wir richtig schöne Temperaturen hatten und der Rest war halt so lala, möchte ich jetzt fast sagen. Also es regnet hier zur Zeit fast jeden Tag mindestens einmal und wenn nicht am Tag, dann halt wieder Nacht. Aber in der Woche, wo ich ja dann so viel Sonnenstunden sozusagen abbekommen habe, um die Zeit rum hatte ich dann Lust auf Sommergestrick, ja. Und ich wusste, ich habe ein Ufo in meinem Sammelsurium, eben dieses Lace-Shirt und ich möchte eigentlich weitermachen, weil mir das ganz so gut gefällt. Und jetzt habe ich noch ein ganzes Knäuel, das ich euch in die Kamera halten kann, weil das letzte Mal hatte ich kein ganzes Knäuel mehr. Und ich habe mir da dann auch die Banderole aufbewacht. Ich habe es zwar im letzten Video drunter hingeschrieben, aber trotzdem, ich mag dieses Garn ganz gern. Das ist der Shoppe Cotton Ball und das ist 100% Baumwolle und die hat eine Lauflänge, ich glaube, von 420 Metern müssten es sein. Wo steht das jetzt noch mal? Da steht das. Also das ist ein 100 Gramm Knäuel, reine Baumwolle und die hat eine Lauflänge von 420 Metern. Das heißt, das wäre eine Sockenwollstärke sozusagen, nur dass sie in Baumwolle ist. Das ist recht dünn, aber nicht allzu dünn. Also ich kann das ohne Probleme mit einer Nadelstärke 3 Millimeter verarbeiten und es sieht gut aus. Also das Maschenbild und das entstandene Textil, das ist wirklich super. Und da ich das letzte Mal nicht wusste, was das für eine Farbe ist, war das schon schiert so ein ganzes bisschen, aber das sieht man nicht so gut auf der Kamera. Also das sieht es mehr aus, als würde das einfach einen anderen Ton haben, weil es in die andere Richtung gewickelt ist auf dem Knäuel. Aber nein, das schon schiert so ein bisschen in sich selbst. Und da habe ich mir dann beim zweiten Knäuel hier extra die Banderole oder das Etikett aufbewahrt, damit ich euch das zeigen kann. Jetzt schaue ich nur, ob sonst noch was Interessantes draufsteht, was ihr unbedingt wissen müsst, aber nö, ich glaube nicht. Europäisches Baumwollgarn aus griechischem Anbau. Wasser- und ressourcenschonende Herstellung in der EU. Finde ich sehr cool. Ich sage, mir gefällt das. Also ich bin für Sommerkleidung, bin ich kein Baumwoll-Fan, weil ich glaube, weil die Baumwolle, die ich ansonsten kenne, ist einfach nur starr und störrisch und zu dick zum Verarbeiten. Aber das hier ist richtig. Also das ist genial. Die Farbe heißt Sand am Meer und ihr seht es da oben am Bildchen. Man sieht es nicht ganz so gut, aber man sieht es hier am Bildchen, am Fachbeispiel, die hat dann immer mal wieder so dunkle Streifen im Strickverlauf, ja, im Muster. Also die schaumschiert so zwischen einem ganz hellen Grau zu einem etwas, einem leichteren Ton, dunkler einfach und schaumschiert so ein bisschen hin und her. Und logisch, wenn ich das verstricke und dann zudem habe ich noch ein Lochmuster da mit drin, sieht man davon nicht allzu viel, aber das hat so ein schönes Farbenspiel einfach im Gestrick. Das gefällt mir ganz gut. Das ist eben der Schoppel Cotton Ball. Ich habe jetzt eben das zweite Knäuel anfangen müssen. Das wird mir auch mehr als, also da bleibt sicher was über, weil ich bin jetzt so weit, dass ich zu viele Nadeln in dem Gestrick drin habe und ich jetzt auch nicht weiß, wie ich euch das am besten zeige. Ich habe mir da nämlich was überlegt, was ich jetzt mit den Trägern mache oder wie ich das weitermache, weil ich halte mich da natürlich wieder nicht an die Anleitung. Immer dasselbe. Immer dasselbe bei mir. Und zwar, das letzte Mal war ich schon am Vorderteil. Da hatte ich die Maschen vom Rücken stillgelegt. Die hängen hier auf der Nadel. Habe dann Maschen abgekettet unter der Achsel und habe dann mit dem Vorderteil angefangen. Und das sieht so aus, als hätte ich da eine Masche verloren. Ich habe sie jetzt gerade im Video wiedergefunden. Oh, da stimmt was nicht. Was für ein Zufall ist das bitte. Jetzt bräuchte ich aber bitte einen Maschen markierer. Das sind zwei Maschen. Entweder habe ich da irgendwas beim Stricken versaut oder mir ist da irgendwie eine Masche abgehauen. und das weiß ich jetzt nicht. Und die andere hat sich dann einfach mit dazu gelöst. Wie geht das? Wie könnt ihr beiden da frei rumliegen? Da hole ich mir jetzt nur schnell zwei Maschen markierer, dass ich die aufhalten kann. Oh mein Gott. Also das nenne ich doch mal einen Zufall. Wenn ich, also ich kann euch versichern, hätte ich das jetzt nicht gerade in die Kamera gehalten, bis ich da wieder dran stricke und dann mir genau diesen Teil vom Shirt anschaue, hätte es noch mal eine Weile gedauert und ich würde sagen, da wären die in der Zwischenzeit flöten gegangen. Oh, wie cool ist das denn? Ich habe auch keine Ahnung, was hier passiert ist, weil mir ist der Mustersatz immer aufgegangen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Da machen wir jetzt noch einen zweiten mit rein, damit das ja hält. Wie cool ist das denn? Stellt euch vor, ich hätte euch das jetzt nicht in die Kamera gehalten. Ich hätte die beiden nie gefunden und hätte mich dann gefragt, warum da alles aufgeht. Und ich kann euch versichern, wenn da irgendwo was aufgeht, in dem Lochmuster, das könnte ich nicht nochmal hochstricken. Nein. Da hätte ich dann irgendwie müssen Maschen auffangen, aber weit unter den stillgelegten Maschen der Achsel, weil das ist jetzt genau hier am Rande und hätte das, dann müssen nochmal alles stricken. was habe ich da gemacht? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe die gefunden, ich bin glücklich. Ich bin glücklich, dass ich glücklich, dass ich die beiden gefunden habe. Jetzt schaue ich nur noch auf der anderen Seite. Ob da? Ja, da stimmt alles. Da ist irgendwas mit der Randmasche muss da gewesen sein. Egal, ich habe es gefunden. Ich habe es entdeckt und habe es jetzt gerade mittelmäßig repariert. Also, wir haben da hinten, das sind die Maschen für den Rücken. Das ist momentan eine ganz lustige Konstellation. Das ist dann vorne. Das sieht man jetzt noch nicht, weil die auch runtergerutscht sind. Also, das sind die Maschen vom Rücken. Das ist sozusagen unter der Achsel und das ist dann vorne. Und, ich habe mich da jetzt dran gemacht. Ich habe dann Maschen abgenommen für den Ausschnitt vorne. Habe dann links und rechts, während ich das Muster noch gestrickt habe, nochmals Maschen abgenommen, dass sich da so eine kleine Rundung bildet. Das sieht man auch so ein bisschen, wenn die Maschen hier so rumhängen. Sieht man schon, dass da so eine kleine Rundung ist. Und stricke jetzt gerade im Mustersatz hoch. Da fehlt jetzt noch ein bisschen was. Da habe ich ungefähr die Länge erreicht, die ich dachte, die ich erreichen muss. Wo ich dann ungefähr dasselbe Spiel auch mit dem Rücken mache. Logisch mache ich da jetzt nicht so lange Träger. Das macht jetzt keinen Sinn. Aber ich werde auch am Rücken die Maschen einfach aufnehmen, stricke dann im Muster hoch, stricke da dann weiter hoch als natürlich vorne und werde dann einfach so ein, zwei Mustersätze vor Ende in der Mitte auf Maschen stilllegen, dass ich auch so eine Rundung bekomme. Dann vielleicht ein, zwei Mustersätze Träger weiter stricken und die dann oben einfach zusammennähen irgendwie im Maschenstich wie auch immer ganz simpel dachte ich mir halt. Also das wäre jetzt hier so und das wäre der hier so und mache dann dasselbe am Rücken eben auch und wenn es nicht langt stricke ich da einfach nochmal einen Mustersatz mit drauf. Deshalb habe ich da jetzt auch ein bisschen länger den Faden stehen lassen damit ich mich da beim Ansetzen von dem Knäuel sollte das nicht lange genug sein mich leichter tue beziehungsweise das würde auch reichen das schon zusammenzunähen im Maschenstich sollte ich genug haben und da fehlt jetzt noch da fehlen jetzt noch zwei Mustersätze ungefähr dass ich auf dieselbe Länge komme ja so in der Richtung und das wächst jetzt halt so feuchtfröhlich vor sich hin aber da ist ja jetzt schon bei mir hier kalt ist glaube ich dass das in dem Sommer nicht getragen wird also das würde ich jetzt fast schon bezweifeln weil die Hoffnung dass ich hier jetzt nochmal 30 Grad habe sieht einfach schlecht aus aber ja das ist mein Cropped Lace Tee von Annie Lupton 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 Da gibt es jetzt mal so auf die Schnelle nichts spannenderes zu zählen bis auf das dass ich einen Nadelsalat habe und einen Wollsalat und ich ganz froh bin dass die Nadeln alle da drinnen so heben wie ich sie halt reingemacht habe weil ansonsten wäre ich einfach aufgeschmissen das ist einmal das da kommt das wieder wunderbar rein dann das sind jetzt alle Projekte die ihr noch kennt von meinen letzten Videos und jetzt habe ich noch zwei neue auf den Nadeln ja und zwar hatte ich nachdem ich bei dem hier weiter gestrickt habe hatte ich irgendwie Lust noch was anzufangen weil ich habe den Bulli fertig gemacht habe hier weiter gestrickt habe dann so viele Babysöckchen gestrickt weil ich eben nicht ganz genau wusste was ich jetzt so neues anfangen ich möchte jetzt keinen Winterpulli anfangen dachte ich mir wahrscheinlich fange ich jetzt bald meinen Winterpulli wieder an aber ich dachte mir einfach ich möchte jetzt keinen Winterpulli noch stricken weil irgendwie passt das halt doch nicht zum Wetter Spaß beiseite also bräuchte ich noch ein Sommershirt und ich hatte ich die jetzt nicht irgendwann an in irgendeinem Video ich weiß nicht mehr was ich im letzten Video an hatte es gibt halt das Sommershirt Sommerella und die habe ich gestrickt aus der Drops Belle das ist ein Baumwoll Mischgern also ist Baumwolle mit drin Leine mit drin ich glaube ein bisschen Bowling mit drin so in der Richtung und die hat das Shirt hat da oben so ein Blätter Muster und das ist eines meiner Lieblings Sommershirts weil ich habe selten sowohl gestrickt wie auch und so angenehm zum tragen ist ja und ich wusste einfach ich möchte noch mal so was haben aber ich wusste auch komplett noch mal dasselbe stricken mir gefällt das Muster zwar und ich weiß ich hatte richtig richtig Spaß beim stricken aber noch mal komplett dasselbe so richtig richtig noch mal dasselbe stricken also ich meine auch das Muster und dann dachte ich mir du findest sicher irgendwas anders irgendwas anderes muss da doch noch irgendwo rum sein dann bin ich auf reverie versunken ich habe mir nebenher sommer gerne noch bestellt ich habe von sandness noch was bestellt ich habe noch mal diese drop spell bestellt ich habe von bc gern die soft silk oder silk soft wie auch immer das ist 100% seite ich habe noch nichts draus gemacht also das ist in der zwischenzeit alles so gern dass ich so ein bisschen angesammelt habe bestellt und angesammelt habe weil ich ja eigentlich noch ein zwei sommershirts stricken möchte ich weiß jetzt schon da wird sich einiges auf nächstes Jahr verzögern weil es einfach schon so kühl ist aber etwas habe ich an und für sich ist jetzt nichts für mich also das ist mir eigentlich schon fast zu pink für mich aber es passt einfach zu meinen hautton also ich habe ich habe gekauft das shirt in so einem ähnlichen farbton und das ist auch eigentlich meines eines meiner lieblings shirts weil das zu jeder jeans passt diese kräftige warme farbe passt irgendwie zu jeder jeans die ich habe und passt auch zu den haaren und so weiter und so fort es gibt manchmal einfach shirts ganz egal ob gekauft es gibt manchmal einfach obersteile ganz egal ob gekauft oder gestrickt die einem einfach mehr zum leuchten bringen sagen wir es mal so das ist dann diese farbtheorie und da gibt es dann immer wieder so komische videos mit den ganzen farben die da um einen so rum gelegt werden und ich fan aber wenn ich nicht der allzu größte fan bin dass diese farbe mir gut steht und ich habe die dann gekauft habe mir die zwar schon auch ein bisschen mehr rötlich vorgestellt laut foto jetzt ist halt wirklich so ein bärnton aber aber dachte mir nee das ich probiere das jetzt aus ich habe auch ein dunkelblau bestellt ein richtig richtig dunkles dunkelblau und das war mir für diese Idee an sommershirt einfach zu dunkel und somit habe ich mich dann eben für die entschieden für diese Farbe ich bin auf Ravelry versunken ich habe glaube ich insgesamt fast eine Woche gebraucht um mich für ein Design zu entscheiden also es war wirklich eine schwere Geburt muss ich wirklich sagen und ich habe dann eine Maschenprobe gemacht und mich dann für ein Schirt entschieden und habe das Schirt dann angeschlagen ja habe das Schirt dann angeschlagen und wie soll ich sagen ich konnte nicht mehr aufhören zum stricken und wenn ich mich jetzt nicht gezwungen hätte an was anderem weiterzumachen wäre das wahrscheinlich schon fertig also es macht richtig richtig spaß dieses shirt das heißt maven top und ihr wisst logischerweise ich verlinke euch das unten in meiner infobox da verlinke ich euch alles was ich euch irgendwie verlinken kann aber ich habe vergessen die Anleitung auszudrucken ich habe mir die nämlich runtergeladen und sofort angefangen zu stricken und habe das dann alles übers handy gemacht normalerweise habe ich die ausgedruckte version lieber weil ich mir dazwischen auch mal notizen hinschreiben kann oder wenn ich irgendwas ändere oder irgendwas ankreuzen unterstreichen wie auch immer und das hat aber so spaß gemacht da bin ich nie dazu gekommen diese diese anleitung auszudrucken weil das handy hat gereicht aber meine maschenprobe hat nicht perfekt übereingestimmt mit dem was die anleitung angibt ich glaube ich habe eine maschenprobe von 19 maschen auf 10 zentimetern und die anleitung in der anleitung glaube ich sind 22 24 maschen sowas in der richtung also die würden halt ich stricke das mit einer 4 millimeter nadel und ich und auch das maschenbild das gefällt mir ganz gut also da das passt so wie es ist dementsprechend wollte ich da auch nicht die halbe nadelstärke runter gehen dann habe ich mir das umgerechnet ich habe dann halt die größe kleiner angeschlagen weil ich ja schon mit weniger maschen auf die gleiche größe komme hab da dann aber nicht bedacht also ich und hab dann erst festgestellt als ich wie war das also ich hätte noch dreimal zunehmen müssen bis ich auf meine endmaschen zahlen gekommen wäre mit ärmel und körper und zweitem ärmel ja und hab dann festgestellt wenn ich jetzt noch dreimal zunehmen muss die maschen anzahl die brauche ich schon damit es reicht ja aber die tiefe wäre dann einfach viel zu viel geworden ja also ich hätte da viel zu viele runden gestrickt um auf diese maschen anzahl zu kommen das heißt bei mir hat zwar ich habe zwar die maschen probe umgerechnet auf wie viel maschen auf zehn zentimetern aber ich habe es nicht auf die reihen umgerechnet und habe das auch nicht kontrolliert und somit wäre das einfach zu viel geworden ich hatte da jetzt keine Ahnung noch mal fünf zentimeter mehr irgendwie zu viel halt ja und schon alleine das hätte mir nicht gepasst dann musste ich mir da was überlegen wie ich dann so viele maschen aufnehme aber anstatt dreimal zunahmestellen zu haben musste ich das auf zwei reduzieren ich dachte mir das müsste eigentlich reichen mit zwei und habe dann etwas zurück ribbeln müssen um noch einen ich möchte es nicht sagen Fehler weil Fehler war es ja nicht aber um das nochmal ein bisschen in die richtige Richtung zu beheben und habe dann einfach im Muster zwar weiter gestrickt habe aber dann nur mehr zweimal zugenommen und dafür dann halt mehr maschen und dementsprechend ich weiß jetzt auch nicht ob man das sieht man sieht es ein ganz bisschen als ihr seht das jetzt hier dieser teil der geht ein bisschen nach oben also den zieht es jetzt hier automatisch auch nach oben der geht nicht gerade raus das müsste so ein bisschen gerade verlaufen sondern der geht einfach so ein bisschen nach oben das heißt ich habe hier exzessiv maschen zugenommen ich habe mir das dann angeschaut als ich als ich fertig gestrickt hatte und für gut gefunden also es wälzt sich nicht das liegt vielleicht auch am material es wälzt sich nicht das hat sich recht gut verteilt und ich geändert an anleitung wo ich mich nicht an die anleitung gehalten habe und das war sofort schon die anschlagskante ich habe da also man schlägt x maschen an ich weiß jetzt auch auswendig nicht mehr wie viel das waren man schlägt x maschen an strick dann ein bündchen und sofort nach dem bündchen werden nochmal maschen angeschlagen und dann startet erst das das Muster also da werden da werden schon sofort nach dem bündchen maschen aufgenommen damit es sofort schon breiter ist aber wenn ich nur die maschen angeschlagen hätte wie das ganz zu anfang angegeben war also die wirklich nur die anschlagskante dann wäre das ein bisschen eng geworden und dann habe ich es auch ausgerechnet mit der maschenprobe wie viel zentimeter das gegeben hätte und ich glaube da wäre der Kragen wirklich da so um den hals rum gewesen also habe ich gleich schon mit den maschen angeschlagen die ich haben müsste nachdem ich das bündchen gestrickt habe und nachdem ich da die maschen aufgenommen habe also ich habe geschaut okay das bündchen sagt mir 100 maschen und nachdem ich also 100 maschen anschlagen bündchen stricken und dann müsste ich 10 maschen dazunehmen dann würde ich auf 110 also habe ich sofort 110 maschen angeschlagen damit das einfach hier weiter und lockerer ist und ihr seht es jetzt schon ich kann mir gut vorstellen dann mit kurzen ärmelchen dran und dann wenn ich trage dass das einfach ein bisschen lockerer sitzt also ich spiel darf das schon haben ja das ist eben das maven top und da freue ich mich jetzt auch schon drauf ich habe weil ich das jetzt in die kamera gehalten und ich kann mir gut vorstellen sollte heute nicht was anderes noch dazwischen kommen dass ich an dem heute weiter mache weil da fehlt nicht mehr allzu viel ja auch im körper da fehlt nicht mehr allzu viel oder das blendet meine wieder die farbe blendet da fehlt nicht mehr allzu viel und dann habe ich den körper eigentlich schon fertig also das sind jetzt wahrscheinlich so um die ich würde sagen 30 zentimeter und mit bündchen kommt da jetzt vielleicht noch so 8 zentimeter dazu das wäre schon lange genug ja und das darf nicht das ist nicht mehr viel ich müsste jetzt wahrscheinlich sogar mal reinschlüpfen um genau zu schauen dass ich da rein stricke also die anleitung gibt das muster schon vor erschreckt euch nicht bezüglich der katzenhaar die ihr seht sind einfach überall dieses muster gibt die anleitung schon vor also dass man da immer solche krausrippen mit rein strickt ich dachte mir auch je nachdem wie gut mir das shirt passt und wie gut das sitzt ich gehe mal davon aus dass es recht gut sitzt aber je nachdem wie gern ich das shirt dann habe könnte ich mir diese variante auch vorstellen indem ich die kraus runden vielleicht auch kraus stricke nicht gezwungen aber auf alle fälle die eine runde in einer anderen masche dass ich da streifen rein stricke dann so sind es nur plastische streifen ja aber danach werden es halt wirklich optisch wird es dann streifen shirt und dadurch dass einer dieser kraus runden und der nächsten kraus runde halt doch ein paar runden auch klapprecht sind ist das ja überhaupt kein aufwand also das ist überhaupt nicht anstrengend zu stricken aber ich kann mir vorstellen eben je nachdem wie gut das sitzt dass ich mir da vielleicht in derselben variante die anleitung einfach nochmal um ändere und da dann ein streifen schrift draus mache ich maße passt ich glaube man hätte hier die maschen zwischen der einen und der anderen kraus runde in der mitte irgendwo still legen müssen ich habe dann halt noch die paar maschen runden drauf gestrickt damit ich einen mustersatz komplett habe dann eine runde mit der kraus rippe gemacht und dann die maschen erst still gelegt das heißt auch wenn ich jetzt ein ärmelchen daran mache ich möchte ganz kurze ärmelchen dran haben werde ich vielleicht ein zwei runden noch glatt rechts stricken und dann bündchen dran machen ein recht kleines bündchen wie es auch da oben ist einfach so ein paar runden nur ganz wenig und habe dann ganz kurze ärmelchen mit dran ich möchte jetzt auch keine lange ärmel mit dran haben sondern ganz kurze und dann soll das so ein armumfang und so sachen und ob ich jetzt enger sitzen ob ich jetzt lieber habe dass es enger sitzt oder es weiter sitzt und so fort dann müsst ihr halt ein bisschen rumprobieren aber ich empfehle euch wenn es drauf ankommt auch gekaufte anleitungen nach euren präferenzen zu ändern weil wenn ich das einfach nur so runter stricke wenn ich das jetzt nur so runter gestrickt hätte wie es in der anleitung angegeben wäre dann hätte ich danach einen kartoffelsack an ja effektiv das das weiß ich schon alleine davon wie die wie das shirt getragen an auf den fotos aussieht da sitzt es ein bisschen locker das geht mir auch gut aber wenn ich da dann schon weiß dass ich hier wahrscheinlich ein bis zwei dass ich da ungefähr fünf Zentimeter mehr unter der Achsel gehabt hätte wäre das so eine richtige sack artige sache geworden ich habe auch hier an der seite für einfach um die teilierung ein bisschen dezent zu teilieren maschen abgenommen aber nur ganz wenige aber so ganz dezent das steht auch nicht in der anleitung aber ich brauche halt ein bisschen mehr platz natürlich da oben als direkt am bauch oder direkt an da das ist nun mal so und da spiele ich dann einfach ein bisschen mit drum also lieber ihr schlüpft es einmal mehr rein und baut euch die anleitung dann nach eurem geschmack als danach einen kartoffelsack anzuhaben das ist das maven tee aus der trupps bell und ich habe da ich glaube bis jetzt vier knolleien reingesteckt ich weil ich habe momentan keinen überblick mehr wie viel knolle da drin habe ich habe jetzt eben ich glaube das sind vier knolle mit drin das da jetzt das vierte dran hängt es wäre aber interessant zu wissen ob es effektiv schon vier sind oder ist das ganz zu ende muss ich das wegen weil ich habe von der Drups Bell und von der Sandnest Liene die komplett was in dem Moment ja überhaupt nicht zu bewerten ist aber wenn jemand vielleicht beim Garn und Wohle kaufen ein bisschen auf den Geldbeutel schauen muss ihr könnt euch die Drups Bell kaufen die ist komplett das ist komplett dasselbe Garn wie die Sandnest Liene also die haben die komplett selbe Zusammenstellung und die Fäden sehen auch komplett gleich aus der einzige Nachteil bei Drups habt ihr lange nicht Neu glaube ich zwischen 4,50 und 5,50 so in der Richtung vielleicht verlangt je nach Onlineshop auch 1x6 Euro und die Bell von Drups kostet halt 1,50 also wirklich so als Info am Rande ich habe es wirklich kontrolliert weil ich war schockiert als ich mir diese Sandnest Liene eben gekauft habe und gesehen habe also mir kam der Faden schon bekannt vor also das Garn Faden ich dachte mir das sieht komplett gleich aus und danach habe ich die Etiketten verglichen ja also auch die Zusammenstellung ist komplett dieselbe da zahlt sich nicht aus das teure Garn zu kaufen wenn ich es auch günstiger bekomme außer ich brauche eben irgendeine bestimmte Farbe die da eben Trupps dann halt nicht hat so als Info am Rande das war das hier und dann kommen ich habe zwar schon so einiges gestrickt und einiges waren dann eben auch Babysöckchen die nicht lange dauern und immerhin habe ich so einige paar fertig bekommen aber ich habe dieses Mal an etwas weniger Projekten gestrickt aber dafür bin ich halt da ein bisschen weiter gekommen kommt mir zumindest vor und zwar habe ich nachdem ich dieses Maven Top angefangen habe und da eben eine ganze Woche unterwegs auf der Suche nach irgendeinem Input habe ich natürlich auch vieles anderes gefunden meine Güte also die ganzen Projekte in der Warteschlange bei mir auf Reverie also das wird also das ist surreal also so viel Lebenszeit habe ich nicht um das alles zu stricken ja aber natürlich wenn ich da auf der Suche nach einer Anleitung bin die sich für das jeweilige Garn eignet komme ich natürlich auch zu Anleitungen die sich nicht für das jeweilige Garn eignen aber Entschuldigung aber ich habe ja ein riesiges Sammelsurium da und habe richtig richtig viele Garne da und da lässt sich dann auch wenn mir mal ein Shirt gefällt oder ein Bulli gefällt auch das richtige Garn dazu finden ja ich habe schon allein für den Winter ich das ist lächerlich ja das ist schon fast zum Schämen aber ja und so ähnlich geht es mir dann auch mit den Summer Shirts und ich habe dann das hier gefunden ja das ist das Juli Summer Tank logisch ist das jetzt wieder absolut gekroppt und so kurz möchte ich das nicht haben ich hätte schon gerne dass es zumindest bis in die Nähe des Gürtels und auch ein bisschen drüber reichen würde ja aber das ist das Juli Summer Top Juli Summer Tank von quasi gerade heißt das heißt der Online Shop oder heißt die Designer auf Ravory und ich also mir gefällt mir gefällt da oben der Ausschnitt dass der ein Bündchen Muster hat der rammt das Ganze irgendwie gut ein das Muster hier direkt vorne ist jetzt nicht unbedingt interessant tut dem Ding aber auch nicht weh also sieht ganz gut aus finde ich wirklich mir gefällt hier diese beiden Reihen mit Loch Muster die gefallen mir gut das sind so wirklich als Abschluss Kante irgendwie auch hier das Kraus wieder mit dieser Loch Kante oder Loch Reihe ich finde das sehr süß das wirkt irgendwie so einrahmend keine Ahnung ob für den Körper oder vom Shirt keine Ahnung und dieses Fru Fru da unten mag ich auch ganz gern ich bin ansonsten überhaupt kein solcher Fru Fru Typ also ich habe keine Shirts mit Fru Fru ich habe ich heiße das immer Fru Fru das ist die italienische Variante der Italiener würde dazu auch sagen Fru Fru zumindest wenn ich da jetzt sage Kostär und Fru Fru der Italiener versteht was ich meine ich habe kein Shirt keinen Bulli kein gar nichts mit dem aber ich habe die Brooklyn Blouse von Mezzomix aus Leinen habe ich die gestrickt und die hat am Ende unten auch solchen Fru Fru und auch an den Ärmelchen den Fru Fru diese Rüschchen sind das auch nicht alles sind Rüschchen egal das ist ein Fru Fru jetzt wisst ihr das ist Fru Fru und ich habe mich diesen Sommer wieder neu in das Shirt verliebt ich hatte das Shirt letzten Sommer schon an und war da begeistert weil das passt einfach zu meiner Körperform also das sitzt mir einfach richtig richtig gut das setzt mich auch unter Anführungszeichen in Szene jetzt nicht im irgendwie überheblichen Sinne aber es gibt halt einfach Shirts die sehen an mir dann aus wie ein Sack und es gibt dann halt wieder Shirts die sehen dann halt nicht aus wie ein Sack und das eine Shirt ist ähnlich wie das mit der Sommer Ella das sitzt dann einfach so wie es sitzen soll und es ist richtig angenehm zum tragen und das hat diese Fru genau auf der richtigen Höhe und überspielt somit auch manchmal meine Frühlingsrolle ja wenn die Frühlingsrolle eventuell auch zum Winterspeck wird und so weiter und so fort also ja und die überspielt das recht gut und ich war da positiv überrascht als ich das im Spiegel dann gesehen habe und habe mich dann wieder neu in das Shirt verliebt also das hat mir vorher schon gefallen aber jetzt gefällt es mir halt wieder so in der richtung und als ich dann dieses senktop gesehen habe und dachte oh das mit dem Fru das steht mir ja eigentlich ganz gut oder nicht so schlecht ich müsste nur das ganze ding ein bisschen länger machen einfach weil so baufrei muss das bei mir schon gar nicht sein ich möchte auch nicht dass die lochreihe noch zu nahe am husen sitzt also das muss auch nicht sein ich kann mir vorstellen dass wenn ich das muster da oben einfach um zwei drei muster setze wiederholungen verlängert und dann diese mustersatz runde mit dem loch muster weiter unten sitzt also in dem sinne am rande vom ph vom wie heißt das eisenteil was da halt mit reingearbeitet ist ja da einfach drunter und das dann drunter weiter läuft dass das ein bisschen besser auf meiner taille sitzt ja aber das ist jetzt das julie sammertank da müsste auch noch ein foto drin sein von der rückseite ich versuche es zu finden ist jetzt halt ein kleineres foto aber einfach dass ihr euch das ungefähr vorstellen könnt wie das dann hinten aussieht ja das ist mega kurz also sieht mehr aus wie so ein sport beha so in der richtung ist mega kurz so möchte ich das gar nicht haben aber egal gott sei dank wenn man sich was selber strickt kann man es auch so machen wie man es gern möchte aber ihr seht wie hier der rücken aussieht also hier dieses rippen muster wird dann auf dem rücken weiter geführt da hinten kommt dann wieder dieses karo muster und ich habe eben diese anleitung gefunden und dachte mir oh mein gott das möchte ich gerne gerne haben jetzt muss ich mal schauen wo ich jetzt gerade noch bin hier im angehen das zeige ich auch noch und zwar gibt es da noch ein anderes foto von noch bisschen anderen version einfach auch das ist wieder mega mäßig kurz aber hier ist die lochmuster reihe noch weiter hoch gerutscht finde ich einfach nicht passend für mich das shirt so gefällt mir ja gut aber finde ich für mich nicht passend und hier wurde einfach ein grobes 2 rechts 2 links dann wieder eine Loch Musterkante und da unten wieder ein einfacheres also ein 1 1 Bündchen sozusagen gestrickt und auch hier dieses Spiel mit den einzelnen Mustern finde ich sehr gut weil man da dann auch einfach das stricken kann was einem besser gefällt also das kann man dann abwechseln wie man da gerade lustig ist und das finde ich finde die Idee super ich finde auch die Umsetzung super und wenn ich jetzt fast das ganze shirt nur im Karo Muster gerne hätte dann mache ich einfach das ganze shirt im Karo Muster und mache nur eine ich habe dann mir diese Anleitung gekauft weil ich mir zu 100% sicher war dass ich das jetzt noch stricken muss weil ich jetzt noch anziehen kann das fällt wie gesagt wahrscheinlich ins Wasser aber da war dann die zweite Frage welches gab nehme ich zentimeter ich dachte mir dann ja so ein dünnes Garn boah das wird ein bisschen durchsichtig sieht man auch an den Fotos zum einen zum anderen rechnet die designerin das schreibt sie auch vorne schon gleich mit rein mir passt das persönlich nicht aber jedem das seine da ist der Hinweis mit drin Achtung in diesem Strick Oberteil wird die Elastizität vom Material aus dem man das strickt mit einberechnet oder legt man Wert drauf das ist halt ausschlaggebend ja also das heißt dass laut Anleitung wird das Kleidungsstück sehr viel kleiner gestrickt als man es bräuchte also wirklich mit sehr viel negative ease weil man davon ausgeht dass das Material aus dem das gestrickt wird so elastisch ist dass es sich dann an die Körperform anpasst das geht mir ja gut wenn dann negative ist aber meine lieben Leute ich kann also nicht jeder kann dasselbe Garung benutzen nicht jeder kann wenn er auch ein anderes Garung benutzt einschätzen wie elastisch das dann im Strick Teil selbst ist also ich empfinde das als nicht ganz so professionell für eine Kaufanleitung das ist jetzt so meine kleine Kritik am Rande also ich muss jetzt mal schauen wo genau das jetzt steht ich würde es euch gerne vorlesen steht das in der Maschenprobe Nein Da Baumwolle besonders in Kombination mit den verschiedenen Mustern und den Rippmuster dazu neigt sich mit dem Waschen und Tragen auszudehnen wurde das dort mit einem großen negativen Bewegungsspielraum von etwa 10 bis 20 cm je nach Größe entworfen Ja ich verstehe die Negativ E's bin ich auf alle Fälle dabei aber ah da ist der Satz die Größen werden aufgrund der Eigenschaften des verwendeten Gabens für einen Brustumfang von XY empfohlen also man strickt das Dingens sehr 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 viel kleiner weil man einfach mit der Elastizität vom Garen danach arbeitet was ich eben meiner Meinung nach nicht von Vorteil ist also in dem Sinne sogar ein Nachteil ist weil kein Strickanfänger Hardcore Strickanfänger der zwar rechte und linke Maschen kann also das Dingens ist nicht weiß Gott wie kompliziert zum Stricken von den Maschen Arten her aber kein Strickanfänger der erst zwei drei größere Sachen gestrickt hat hat ein Gefühl dafür wie sich so ein Garen danach wie sich das bewegt wie das danach ob das in die Breite geht oder ob das in der Form bleibt oder wenn ich wasche dann ist es auf einmal fünf Nummern größer oder wie auch immer oder eben ich habe keine Ahnung beispielsweise so eine Merino Super Wash die richtig richtig elastisch ist und ich strick's dann in der Größe die eigentlich angegeben ist für meinen Brustumfang aber drunter in der nächsten Zeile steht ja das müsste man dann kleiner stricken und ich habe es vielleicht nicht gelesen dann habe ich danach einen Sack gestrickt der zuzüglich zu dem dann beim Waschen auch noch auseinander geht ich finde das ein bisschen kompliziert ja also ich finde es ein bisschen dem Stricker gegenüber nicht ganz so gerechtfertigt dass man dass die Anleitung keine konkreten Angaben geben kann weil das vom Garn abhängig ist logisch ich muss immer eine Maschenprobe machen und bei allen anderen ist es auch vom Garn abhängig also ich kann auch hier mich aufregen wenn das dann nach zu eng oder zu weit oder was auch immer ist aber wenn die Anleitung zumindest angibt wenn du mit dem Garn arbeitest mit welchem ich arbeite dann bekommst du die Größe xy raus wenn du so und so viele Maschen hast und die Maschenprobe ist so und so finde ich einfach professioneller als wenn da dann steht Achtung weil wenn du die falsche Elastizität hast dann kann auch sein dass dir das nicht passt so in der Richtung bin ich so nicht ganz so glücklich drüber aber das lassen wir jetzt mal auf Seite ich bin dann auf die Suche gegangen nach einem passenden Garn und ich habe ja eben beispielsweise das Seidengarn habe ich da was mir aber ein bisschen zu schade ist für so ein schnelles Top also da würde ich gerne ein bisschen was ausgefallen was draus machen aber ja ich habe noch einiges an bahnwolle da da hatte ich aber nicht genug in einer Farbe und so weiter und so ich habe mein ganzes Sammelsurium abgesucht und in so einer dünnen Nadelstärke hatte ich gerade nicht das perfekt passende Garn da und dann ist mir was eingefallen mir ist nämlich eingefallen dass ich vor einigen einigen jahren in so einer facebook gruppe ich weiß nicht mal mehr ob es die heute noch gibt solche farbverlaufs bobble gekauft habe ja also da war wirklich da war der wohl einkauf noch über facebook nicht mein kompletter wohl einkauf aber ich habe das für mich entdeckt und da gab so zwei drei facebook gruppen wo da regelmäßig so specials und weiß gott was nicht alles verkauft wurden und einer dieser dieser online shops war mini masches bobble shop ich habe keine ahnung ob es die heute noch gibt und ich habe damals so einen kleinen bobble von der dazu geschenkt bekommen weil da irgendwas in der bestellung nicht ganz richtig lief und ich hatte dann aber schon bezahlt und dann hat die mir den bobble hier noch dazu geschenkt ich habe noch sechs sieben andere da drüben auch noch von einem anderen online shop oder facebook wie auch immer keine ahnung und habe die dann nachdem ich ein zwei tücher mit denen gestrickt habe irgendwie in die ecke geworfen und dann vergessen also momentan ist das jetzt nicht mein absolutes lieblings material zum stricken für tücher finde ich es wirklich gut für tücher finde ich die super weil die tücher fallen einfach wunderbar aber das sind dann wirklich so feine tücher sozusagen also das material ist relativ dünn und es fällt sehr stark das heißt wenn ich da im herbst beispielsweise logisch ich könnte ein anderes material nehmen aber im herbst beispielsweise dann so ein tuch habe das muss ich dann schon ganz fest dran shoppern damit das das volumen hat um mir hier irgendwie wärme zu zu geben ja aber ich mag diese bobbels das ist jetzt so ein 50-50 das müsste 50 barmwolle und 50 acryl sein ich mag diese bobbels für sommer tücher also das ist wirklich schon alleine aufgrund der farben und auch das material ich finde dass das im sommer so richtig richtig angenehm ist und ich habe dann meine bobbels raus gekramt mir kam da eben die idee ich könnte ja das mit so einem bobble machen und habe dann die bobbels raus gekramt und hatte dann zunächst einen blau-grau ton irgendwas mit blau-grau aber da hatte ich 1200 meter 1200 meter an lauflänge das heißt das würde sich dann schon für ein shirt mit kurzen ärmelchen eignen sollte ich da noch mal was draus machen wollen und dann habe ich eben den kleinen hier gefunden und das sind 500 meter lauflänge und das müsste für so ein T-Shirt eigentlich für so ein Träger Leibchen absolut reichen zudem gefallen mir auch die Farben aber da haben wir wieder diesen Bären Ton mit drin also das ist momentan so aber mir gefallen die Farben weil es fängt mit gelb angeht mal schauen meine Maschenprobe kommt nicht ganz hin also ich glaube mir fehlen drei Maschen auch da sind es glaube ich drei Maschen die mir fehlen um auf die perfekte Maschenprobe zu kommen aber egal ich habe dementsprechend einfach die Größe kleiner wieder genommen da habe ich zwar auch einen Trick 17 für euch also es ist nicht nur so okay ich mache eine Maschenprobe laut Anleitung nicht die kleinere Größe nein ich schaue mir die Maschen ich schaue mir die Anleitung an und schaue mir an welche Maschen Anzahl die Anleitung angibt am breitesten Punkt in der Anleitung sozusagen normalerweise der breiteste Punkt ist der Brustumfang und wenn ich das sehe ich habe mir das vielleicht anhand von meiner Maschenprobe ausgerechnet und weiß okay mit meiner Maschenprobe brauche ich für meinen Brustumfang 250 Maschen beispielsweise und die Anleitung gibt an für die Größe die ich vielleicht gewählt hätte wären es 300 Maschen dann weiß ich das sind 50 zu viel das ist jetzt alles ein ganz krasses Beispiel aber nur um es euch zu erklären gleichzeitig wenn die dann in der Größe die ich vielleicht gestrickt hätte nur 200 Maschen angeben dann weiß ich auch das wäre viel zu klein geworden dann kann es aber auch sein beispielsweise ich nehme das ich nehme das jetzt her weil ich als Beispiel hier liegen hat hier müsste man einmal an einem gewissen punkt an einer gewissen stelle bei einer gewissen Größe müsste man einmal 143 Maschen zum Beispiel haben ihr habt jetzt keine Ahnung von was ich rede dementsprechend kann ich 133 die größer größer hätte 153 beispielsweise wenn ich jetzt mit meiner Maschenprobe das ausrechne und ich komme auf 150 Maschen dann weiß ich die 143 wäre ein bisschen eng und die 153 hat halt drei Maschen mehr das könnte ein bisschen locker werden ja und dann kann ich mir aussuchen möchte ich das ein bisschen enger haben dann nehme ich die 143 nehme also die Größe kleiner möchte ich das ein bisschen auf der lockeren seite haben das ist ja minimal aber ein bisschen auf der lockeren seite dann weiß ich ich kann mit 153 wunderbar arbeiten und dann schaue ich okay die 153 ist größe 1 2 3 was auch immer und dann weiß ich ich kann das ganze dingens dürfte ich an und für sich das ganze dingens in der Größe stricken weil ich an der breitesten stelle 153 maschen habe und mit meiner maschen probe habe ich dann halt 150 maschen ihr versteht wo ich da hin möchte das schaue ich mir dann immer an und entscheide dann aufgrund der angaben für welche Größe ich mich dann wirklich entscheide somit habe ich auch bei der hier das mit der Elastizität einfach beiseite gelassen und habe mir angeschaut an wie viele maschen ich an meinem Brustumfang brauche und dann sehe ich möchte ich lockerer haben gehe ich hoch oder ist das schon zu viel oder möchte ich ein bisschen enger haben dann gehe ich runter oder ist auch da der Spielraum schon viel zu viel und kann man ein bisschen damit arbeiten ich habe dann auch bei dem hier logisch sofort schon das anders gestrickt als die Anleitung es vorgibt wie soll es auch anders sein und das scheitert einzig und allein daran dass ich einen Farbverlaufsbubbel habe und zwar fängt man mit den Trägern an Gott sei Dank fängt man mit den Trägern an aber man fängt mit den Trägern vorne wie auch hinten an und man schlägt alle provisorisch an alle Träger werden vorne zweimal und hinten zweimal provisorisch angeschlagen dann wird das Vorderteil gestrickt so weit und so gut wie man es halt braucht ich schaue jetzt mal ob ich euch das ein bisschen ja so zurecht zubbeln kann dass ihr auch was seht ohne dass ich dabei keine Ahnung Maschen verliere das ist jetzt das Vorderteil dann wird das Vorderteil gestrickt dann wird das irgendwann zur Runde geschlossen und dann müsste ich dann die Maschen jetzt mitnehmen von den Trägern von den provisorisch angeschlagenen Trägern vom Rücken meine lieben Leute ich stricke das mit Farbverlaufsgaben die Idee dahinter finde ich ja gut weil wenn das an vier Stellen provisorisch angeschlagen ist kann ich vier Stellen aufmachen und die Träger dann nochmal neu ansetzen beziehungsweise da nochmal neu ansetzen und einfach im Muster gleich weiter stricken und die Träger dann so lange machen wie ich sie eben brauche aber meine lieben Leute ich stricke mit einem Farbverlaufsbogel da geht das nicht ich kann nicht hier alles provisorisch anschlagen und danach wenn mir zuletzt was in dem rot in dem bärenton überbleibt die Träger dann hier habe ich vielleicht so zwei Zentimeter in gelb und dann habe ich alles in dem rot und hinten habe ich dann nochmal zwei Zentimeter in gelb das sieht doch bescheuert aus also dachte ich mir strickst du einfach mal die Träger so ungefähr wie dir das vorkommt solange wie du ungefähr glaubst dass die sein müssen wahrscheinlich sind sie ein bisschen zu kurz aber damit kann ich dann leben damit habe ich danach noch eine Idee wie ich das lösen könnte aber strickst du einfach mal Träger in der ersten Farbe und das war bei mir hier gelb strickst du einfach mal feuchtfröhlich Träger vor dich hin und machst da also die vom Rücken die provisorisch angeschlagenen nicht erst gestrickt ich habe einfach die Träger vorne gestrickt habe dann das Vorderteil gestrickt wie es in der Anleitung steht hier vorne haben wir schönes Karo Muster das gefällt mir recht gut mit der Wolle ich hatte auch schon den ersten Farb wechsel jetzt habe ich jetzt mein dilemma ist es noch nicht aber so als Infam Rande bei allen Trägershirts die ich bis jetzt gestrickt habe und das sind einige also ich habe einige Trägershirts habe ich die Träger immer 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 zu lange gestrickt also ich habe die meistens schon voraus gestrickt und oder habe mich auch an die Anleitung gehalten was die Anleitung angibt und die waren danach meistens und ich hätte gerne den Ausschnitt einfach ein bisschen weiter oben dass man nicht alles sieht ja aber ich muss die immer kürzen und das kürzen war meistens mehr Aufwand als einfach ein bisschen was dran stricken ja das kürzen hat sich dann in dem moment war das einfach aufwendiger weil ich muss zum einen abmessen wie viel und wie viel der Träger dann zu lang war ich musste ja zwei dreimal rumprobieren und das alleine ist dann auch schon wieder kompliziert da musste ich damit noch sicherheits nadels feststecken und ich kann aber nicht einfach hier irgendwo die 5 cm weglassen und das dann hier irgendwo am rücken annähen da hängen dann diese 5 cm rum das ist ja auch nicht das wahre aber so eine angeschlagene Kante dann wieder aufmachen runter rippeln die maschen auffangen und das dann irgendwie annähen das auch zu kompliziert also habe ich das meistens ein bisschen angenäht dann den träger abgeschnitten und den rest richtig gut nochmal angenäht durch die maschen durchgestochen so oft wie es nur ging damit das nicht nochmal aufgeht aber das war meistens eine richtig große prozedur bis ich da die richtige länge hatte weil ich historisch und danach weiß ich nicht wie die träger stricken weil sie eine komplett andere farbe haben und ich einfach glaube dass das ein bisschen bescheuert aussieht wenn man da oben dann so den ist hinten irgendwie annähen kann auch sein dass ich mir hier den luxus gönne und die hinten über kreuz annähe damit ihr mir nicht da man über die schulter runter rutschen kann auch sein aber schon allein da müsst ihr wissen ich habe schon wieder was geändert ich habe mich da nicht an die anleitung gehalten weil ich da einfach weil das einfach am Garn liegt ich kann Szenario aus sollten die Träger zu kurz sein dann würde ich mal bei der länge sagen handelt sich so maximal drei zentimeter und wenn ich die dann da hinten am rücken wenn ich dazwischen dem orange und dem gelb dann drei zentimeter rot habe am rücken wo ich selbst noch nicht mal sehe dann finde ich das weniger schlimm als wenn ich da gelb hab da ist alles gelb dann ist mal ein stückchen rot und dann ist wieder alles gelb zudem ist das ein recht schöner gelb ton es kann auch sein dass ich ein ganz dünnes baum vulgar kein farbverlauf aber ein ganz dünnes simples baum vulgar in so einem ähnlichen ton noch in meinem sammelsurium hab und dann stricke ich das einfach mit dem gelb ton an und nähe das dann an vielleicht wäre das sogar noch weniger auffällig ja aber das sehe ich dann das sehe ich dann wenn das ding fertig ist und wie lange wie lang da der träger dann effektiv ist und wie lange ich den dann brauche bis dato habe ich einmal das vorderteil hier eben und jetzt schon zur Runde geschlossen hier an der Seite haben wir ein bisschen Bündchen Muster dass das es ist ein bisschen durchsichtig aber ich glaube man kann damit leben wenn es weit genug oben sitzt so in der Richtung kann ich sehr gut damit leben es macht auch Spaß zum stricken und das gern macht auch Spaß zum stricken es ist sehr angenehm zum verstricken manchmal muss ich ein bisschen schauen dass ich schon immer alle vier Fäden mitnehmen das ist ein vierfädiger Farbverlaubs Bobbel da muss ich manchmal schauen dass ich nicht durch den Faden durchsteche und noch zwei oder drei Fäden mitnehme aber bis auf das ist mir das ganz sympathisch hier und auch die Farben ich freue mich auf die Farben ich habe nämlich schon so ein Farbverlauf Träger Shirt gestrickt habe ich schon mal und dann ist dann nur unten am Bündchen na das kein Bündchen aber nur am unteren Teil habe ich dann Loch Muster reingemacht und das ist auch eines meiner Lieblings Shirts weil das sitzt angenehm es flattert ein bisschen und die Farben sind einfach genial also das ist auch so ein Farbverlauf Dingens schon anders als der hier jetzt ist ein bisschen anders aber trotzdem ich glaube da oben habe ich in das fängt an mit weiß und einem einer dieser Fäden ist bunt weiß mit bunt und dann geht es halt über in hellgrün mit bunt und dann dunkelgrün mit bunt und das gefällt mir sehr gut das auch einer Lieblings selbst gestrickten Shirts und wenn das jetzt so ein bisschen wird nur in gelb orange rot dann bin ich da war ich nicht ganz so weit mit dem rücken aber ich war kurz davor die maschen für den rücken anzuschlagen hatte ich schon mal gestrickt ich hatte schon mal so viel gestrickt da habe ich aber ich habe die maschenprobe mit 3mm nadeln gemacht und musste dann da die Nadel rausnehmen weil ich die für ein anderes Projekt gebraucht habe und bis ich das Ding angefangen habe habe ich die maschenprobe auf 3,5mm nadeln gepackt gehabt und dann ist eine woche vergangen und als ich das rausnahm und mir die maschenprobe noch mal angeschaut habe habe ich mich nicht mehr daran erinnert dass ich das mit 3mm nadeln gestrickt habe sondern habe die Nadel abgemessen die ich auf der maschenprobe hatte und das war eine 3,5mm und habe dann und hatte das alles schon gestrickt und habe dann alles bis auf die träger noch mal gerippelt habe dann die maschen von den trägern aufgefangen und habe dann das jetzt alles noch mal mit 3mm nadeln gestrickt also eigentlich müsste ich schon weiter sein aber ja solche verbats das einfach zwischen maschenprobe machen und dann das strickstück anfangen zu viel Zeit vergangen und ich habe mich dann nicht mehr daran erinnert und kam dann beim strick treffen da hatte ich ein strick treffen und dann ging mir dann ein licht auf und ich war die glücklichste person so wie gerade bei den zwei maschen die ich gefunden habe und aufgefangen habe dass ich bevor ich das zur runde geschlossen habe und noch viel mehr gestrickt hätte mir das eingefallen ist auch so aus wie ich mir das vorstelle und das ist nicht noch so durchsichtig das war alles was ich in den letzten drei wochen gestrickt habe das ist alles was ich euch heute zeigen kann und ich wünsche euch noch eine schöne woche wir sehen uns dann im nächsten video und noch viel schöne strick zeit und ich gehe jetzt an einem entweder an maven top oder an dem julie summer top mache ich jetzt weiter an einem von den zwei mir gefallen da gerade einfach die farben und da werde ich jetzt an einem von den zwei weitermachen ich wünsche euch noch eine schöne woche ich wiederhole mich noch eine schöne woche und bis zum nächsten video tschüss